Jungs, wo seid ihr denn? Wo steckt ihr denn? Da oben ihn zu schlagen! Wo seid ihr? Wir sind am Sniperhübel! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ah, ich hab's übermeicht! Mach das weg! Mach das weg! Ich versuche mal hinzukommen! Ach die Scheiße! Mach's weg! Mach's weg! Ja, du musst das selber wegmachen! Hey, bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Mach's weg! Mach's weg! Mach's weg! Ich versuche mal hinzukommen! Hä, was war ich denn? Der ist nicht richtig! Mach's weg! Echt den? Ja, du musst das selber wegmachen! Bleib stehen! Bleib stehen! Mach's weg! Ich versuche mal hinzukommen! Jungs, ich komm jetzt zur Fire-Station. Jungs, ich komm jetzt zur Fire-Station. Ich versuche mal hinzukommen. Jungs, ich komm jetzt zur Fire-Station. Hier liegt der Shotgun. Habt ihr geschossen gerade? Ja, ja. Habt ihr ihn abgeknallt? Kann sein, dass es meine ist. Ey, verbinde mit. Ich respawne gleich hinter dem Power-Station. Ich bin auf den Dessel verflogen oder so. Die ganze Spielkarte. Gib mir den Power-Sack, gib mir den Power-Sack. Ich hab nix, ich kann nix machen. Fuck, was ist jetzt los? Jungs, ich komm jetzt in den Hügel dann hoch. Ich muss DayZ neu starten. Das ist krass. Ja, komm mal hoch. Ey, komm mal hin, komm mal hin zu uns. Da kommt n Zombie. Kommt n Zombie zu euch. Boah ey, Flash, komm mal schnell hoch. Wir haben ja nicht mit Disconning zum Beispiel was. Ich bin gerade rausgeflogen, Alter. Ich kram, krass. Was war das denn? Nein, ich hab da nicht geschossen. Lass ihn da rumkrabbeln. Die arme Sau. Aber lass ihn nicht verbluten. Oh, der hat painful Beine. Ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Du, du, alles klar bei dir? Hallo. Ey, komm mal zu mir, Flash. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, lass ihn mal helfen, lass ihn in der Gruppe aufnehmen. Nein, ich will den Burlap 16 mitziehen, aber es geht nicht. Ich kann's auch nur über meinen eigenen Kopf ziehen. Bei mir steht's für Jack Pulse. Hier kommt gleich bestimmt jemand zu Besuch. Hier kommt gleich bestimmt jemand zu Besuch. Na, habt ihr schon gleichlich gespielt? Ja, wir haben's. Ja, wir haben's. Wir haben's. Das haben die Helmtes anwendet. Das war's für ein Wendet. Das sagt mir mal eben. Darf ich ihm ein Heatschap geben? Wer ist das? Das ist... Ich lock mich grad ein. Darf ich? Okay, dann deinen Helm ab. So, so. Soll ich in sich? Ey, du, du kannst dich bei Twitch live sehen, wie du stirbst, ne? Warte's nochmal. Wollt ihr ihn wirklich töten? Ich will's sehen, ich will's sehen. Bei Twitch live, wie ich sterbe. Ey, hat jemand einen Flair-Modi, der Ball ist mit einer Flair ab? Voll krank, krank. Drei. Drei. Nein, warte. Warte, warte, warte. Das muss doch nicht sein! Das muss doch nicht sein! Das ist doch alles nur Menschen! Das ist doch alles nur Menschen! Das ist doch alles nur Menschen! Ich schieß dir in den Sack, Alter. Nein, lass es sein, lass es sein! Okay, jetzt weg! Hock dich hin, hock dich hin, hock dich hin, hock dich hin! Du musst anders mit den Daumen bitten! Du musst anders mit den Daumen bitten! Tu's nicht, tu's nicht! Du musst anders mit den Daumen bitten! Du musst anders mit den Daumen bitten! Ich schieße ihm in die Eier! Nein! Du musst anders mit den Daumen! Was hast du getan? Hey Flash, hast du als PS-Munition? Nein, leider nicht! Schade! Ja, wenn du deine Munition hier verballerst! Ähm, komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Ich bin echt stolz auf die Seite! Yo! Ja, klar! Ich dropp's! Zack! Also, ich würde sagen, die gehen hier, glaube ich, runter! Yo, das ist hier! Hast du das Magazin? Oh, das ist leider nicht für die Waffe anscheinend! Ja! Ist das nur Winchester, wo du das hast? Yo! Hast du Munition? Yo! So, ja, stimmt! Ruhig nur ein Scope! Ja! Wer war das? Ich war das! Ich laufe eben drunter zur Feuerwehrstation! Okay, komm, wir gehen mit! Wir gehen wieder in... Wir gehen wieder... Ihr habt Elektro auseinandergenommen, hä? Ja, wir haben ungefähr sechs sieben Spiele im Kanker aufgetötet! Ja, bei dem Wein war ich noch dabei! Aber hier irgendwo war, ähm, noch... Ein, äh, ist ein Sniper-Schützer, der hat dann auf uns geschossen mit einer Winchester, äh... Ihn haben wir dann nicht mehr gefunden. Außer Bambi, der dann so fünf Meter lange Beine hatte. Hä? Also, wollen wir mal runter? Ja, komm! Ich bin auf der Feuerwehrstation! Und irgendwie haben dann auf einmal alle rumgeschrien, wie der Sniper auf uns geschossen hat! Das übliche! Boah, hatten wir so... Ah, Schuss auf mich! Oh fuck, fuck, fuck! Wo? Auf dich? Auf'n Dach? Ich bin auf der Leiter, ja! Von wo? Feuerwehrstation! Oh... Es kam oben doch vom Wald, oder? Keine Ahnung! Das Sniper-Dick vielleicht! So, ich komm jetzt nicht mehr runter, das ist das Problem! Bleib da oben! Also, ich seh niemanden! Nimm doch hinten die Leiter! Nimm doch hier die andere Leiter! Nimm doch hier die andere Leiter! Welche hier? Jetzt noch eine? Ich glaub, der ist am Sniper-Berg! Am Sniper-Berg? Wir kommen doch dran her, oder nicht? Entweder hier an den Kleinen, wo wir drauf waren, oder... Ich geh jetzt einfach runter! Ich geh jetzt einfach runter! Guck mal, ich sterbe! Seid ihr hier an der Feuerwehr? Ja, ja! Wir sind bei dir unten an der Leiter! Wenn du nicht... Ich bin an der Stromstation direkt an der Leiter! Ja, okay! Dann glaub ich, ich hoff irgendwo da drüben! Also, da jetzt keiner schießt... Muss er auf den anderen Berg sein, würd ich sagen! Ja! Aber der ist jetzt gezogen! Da, wo du jetzt hinrennst! Ja! Ja, Attacke! Wo seid ihr jetzt? Eins, zwei, wo ist der Rest? Wo ist der Dritte? Ja, wir... Wir sind hier alle vorne beim Zaun! Komm! Wir sind hier... Okay! Wollen wir da hinleiten? Ja, wir können den hier umgehen! Ich glaub ich seh ihn gerade! Wo? Ja, wie könnte ich da was sehe? Ich sehe überhaupt gar nichts, ey! Ich sehe da auch nichts! Alles verpixelt, ey! Ich bin links rausgelaufen und ich versuch den jetzt zu umgehen! Ja, jetzt muss man die Richtung zeigen können! Danke! Da oben, wo die Hütte ist, oder? Ich bin ja nicht sicher, dass... Auf jeden Fall ist da unter dem Baum irgendein Pixel! Ja, das ist so! Hehehehe! Hehehehe! Hat gute Augen! Seht ihr mich laufen? Ich laufe! Bei 1080p? Mal gucken, ob er auf mich schießt! Mal gucken, ob er auf mich schießt! Ich darf jetzt mitten übers Feld! geht jetzt nur noch die beiden hier ja das glaubt du links ich laufe rechts ich glaube ich bin mir ziemlich sicher dass er Frau Mann ey der Scheiß bei uns wo treffen wir uns Jungs ist auf dich Simon von euch ich laufe hier an den Strommasten lang wer war das ein kleiner Bruder nee der Schuss ich hab mich beschossen dann ist er hier Klang wie eine Shotgun ich hab irgendwie äh ich bin jetzt fast ganz oben am Berg ich bin wo die Strommasten sind oben am Berg so langsam dann bin ich hinter Flash links neben mir wenn du rechts wirst siehst du mich ich hab wie gesagt ne rote Jacke an und die dann Backpack ich hab wie nachladen ich hab auch nachladen gehört war das keiner von uns? ich hab nichts nachgeladen oder Bug wo bist du denn da läuft jemand da läuft jemand rote Rucksack rote? rote Jacke ja das bin ich ja ok ich bin hinterm Baum ok hier bin ich hier bin ich hier bin ich Achtung wie ist das mit der Fisch hä? sind wir jetzt alle zusammen oder? ne einer fehlt noch oder? doch jetzt sind wir alle ne hier die andere da ich drauf ja na da muss jemand essen ne was? ne aber meine Mutter hat gesagt ich soll sie grad kommen aber ich kann grad nicht gleich weit weg wir rennen weiter hoch den Hügel aber von hier oben sieht man eigentlich nichts mehr ne? meint ihr ist sie allein geflüchtet? ja also weiter kann er auch nicht sein eins zwei drei querbit wohin läufst du? ich bin gerade bei euch ach so wer ist runter gerannt? ich ich glaub nicht dass er weiter gelaufen ist äh ich bin mal kurz in dieser Tanne AFK ich bin kurz weg ja mach das gleich er liegt hier in dieser Tanne ach so das ist er pack ihn dir hehehe 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 Tesselin direkt ja warte vielleicht hab ich noch ne ich hab kein kein Tape mehr was ist noch der Tape mehr? den Burlap Sack probieren da unten kommt jemand hoch gerannt da unten kommt jemand hoch gerannt Bambi ja? ne steht hinterm Baum hat glaub ich ne Waffe das hab ich gesehen hinterm weißem Baum ne ich lauf zu drauf ich lauf drauf zu du laufst drauf zu? wenn ich wüsste wo würde ich auch kommen aber siehst du uns? siehst du uns? ne ich seh euch mal da schießt er da schießt er ja genau vor mir schießt er auch mich oder wohin? nein schießt er? ja ich geh kurz wo ist der? da unten liegt er er ist weg vor uns ist er tot? ne er ist weg er ist tot ja aber seine Leiche rutscht halb stehen rutscht er den großen Berg runter? ja habt ihr den in Manchester? ja seht nicht so aus wer kommt da? bist du das Körbit? ich komm von links ich komm von links wenn ihr also hier nicht looten ich kann ihn nicht looten nice nicht alle auf den Haufen wir müssen ihn oben looten wo ist er denn ungefähr gestorben? ne ihr müsst ihn unten looten ihr müsst ihn unten looten kann man aber nicht ich kann ihn nicht an also ich kann nicht ins Inventar schauen da ist nicht dieses Symbol meine Munition geht so langsam leer hat jemand 9mm? äh ja ja habe ich 40 ich habe ein fustines ACOG Scope für deine MP5 oh wer hat denn hier die MP5 jetzt? ich hier oben ganz oben hier hier ja genau warte ich lege dir das oben super dankeschön ach danke Jungs kannst du den looten? ne ach perfekt ey ich habe ein Magazin für dich ein kleines hat er nur ne ja hauptsache ich bräuchte so ein ich bräuchte so ein zungenverknöpft für die Karabiner generell noch mehr SKS-Mund super ich habe alles danke Jungs hier liegt immer noch das Scope ne? oder? ne bei mir nicht so ok weiter gehts? also ich nice ich bräuchte eigentlich mal ne so ne military Weste ja meine Weste ist kaputt ja meine Weste ist kaputt dann haben wir auch wieder ne aufgabe ja ich brauche Jeans und Weste und Jacke ich habe gar keine Jacke ey schaut mal das Ding vorne an mein an meiner Waffe an das schaut doch aus wie so ein Wespennest oder Wespennest ja man ein Kokon ein großer Wespen Ok ich scheibe ich scheibe ich scheibe oh jetzt hat er geht er zu looten? geht er zu looten? geht er zu looten dann checkt wohl ich sie Horn 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 heißt er nein Horn ich bin Horn hehehe achso scheiße achso ja ich hab schon kipp ja ich hab schon kippt ja ich hab ja gar nicht also Jacke, Hose, Weste brauche ich brauche ich Lani jetzt hast du das direkt kaputt gemacht ja kommen wir doch eh nicht rein ähm ja wo wollen wir jetzt hin wieder rein in der Stadt ok komm komm was ist denn hier siehst du das? oh das ist ne gute Frage äh eigentlich hatte ich vier Stunden und kurz vorher steht glaub ich ich mach nicht stimmt sowas gestern ne? äh wie lange es noch dauert also ihr lautet straight runter oder was? ja ich bin einfach runter wie Katzen Kaffee mit dem schwarzen Dry Backpack sind jetzt gleich schon bei der ja hier hat niemand von uns den schwarzen Dry Backpack doch vorne, ganz vorne links ok ok keiner hat einen, dann kann ich niemand schütteln oder? ich steh plötzlich drei Schüssel alles tot hehehe ey du hast aber echt krank verpasst äh verpasst vielleicht boah irgendwie da kamen 6,5 Leute nacheinander hoch ey mit dem echten ja ich war doch bei den ersten dreien dabei unten wo es abging nein ich war nicht hier in der Schule sondern im Krankenhaus ach da nochmal cool ja da haben wir eben 6 Leute gedötet die das war voll krank ja dann war einer ähm oben also ganz oben beim Krankenhaus der hat mich und den anderen ähm hier gekippt ach ihr seid auch gestorben? ja Shisha der Leute hat ihnen aber noch einen mitgegeben den Kopfschuss gegeben und ich hab dann gewartet die haben alle Sachen wieder voll ich bin hier bei einem Häuschen mit dem Rosen ey das war geil ahhh ich glaub das erste Mal dass ich jemanden wirklich richtig so gesehen hab mich getötet ja so richtig was ich dachte boah die hab mich jetzt ja nicht ok äh ich müsste hier in die Schule rein oh ich hab uns Lehrern gefunden nice ja da gibt's geile Hosen in der Schule genau dann kann ich Lehrern gar nicht mitnehmen geile Hosen ja geile Hosen ach hier ist Wand scheiße hier ruckl ist mega also ich hier kann ich gar nichts machen eigentlich ok für SPX habt ihr gerade? ähm 7, 10, 16 kann man sehen wo ich hinschucke ne? ich hab grad 37 ja zwischen 30 und 40 kann man das denn sehen? kannst du einstellen bei Steam bei Einstellungen Anzeige und dann dass du oben rechts oben links auch immer FBS Anzeige stehen hast ah ok bei mir ist das immer je nachdem wo ich hinschucke also wenn ich jetzt raus aus die Stadt gucke hab ich 37, 38, 42 und wenn ich in die Stadt reingucke hab ich dann wieder weniger 23, 24 so ich bin obere Stockwerk bereits so was haben wir da in der Hose hä? ja kannst du die nehmen? äh ja ja mein ist leider schon damaged wenn sie mal weiter suchen oh endlich ne Jacke super also Jacke hab ich oh 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 damn damaged boah, illegal ihr müsst richtig aufpassen was ihr droppen denn weil man kann hier die findet man hier ja da müsst ihr hier echt aufpassen ihr dürft nichts droppen ihr müsst vorher die Sachen rübernehmen ich habe eine Autum-Hunter-Pens in Pristine gefunden. Hast du welche oder kann ich die nehmen? Ah, die habe ich. Deine ist jetzt weg. Ja. Das ist damaged. Die kann man nicht aufs Trocken. Vergesse ich jedes Mal. Winter-Hunter-Pens. Ja, die habe ich jetzt auch. Na. Wollt ihr uns schießen? Hier ist eine in Warn. Hier. Hier hinten drin? Ja, ist eine in Warn. Ich habe eine Brown-Hunter-Pens in Warn. Ich nehme die mal mit für euch. Braucht ihr wer? Ich habe jetzt eine. Danke. Ich brauche nur eine Wester. Und eine coolere Jacke. Ich würde mal vorschlagen, dass wir nach Czerno laufen. Warum? Ja, aber auch nicht. Ja, weil hier ist nichts mehr. Gar nichts. Wir haben alles weggewinkelt. Wir haben alles getötet. Wir haben alles getötet. Ihr Schweine. Wir haben schon viele Getränke, das stimmt. Ach, kacke. Okay, Jungs. Ich habe die TS-IT vergessen und da bin ich so gekommen und habe so geredet und ich habe so gedacht, scheiße, bestimmt ist da einer so drauf und killt mich jetzt bestimmt gleich. Du bist über den Stream wieder auf uns gekommen, ne? Ja, ja. Alles klar, Jungs. Gehen wir wieder raus? Habt ihr alles? Ja, ja. Irgendwann raus. Ich bin gerade im Supermarkt. Ich bin gerade im oberste Stockwerk, aber komm jetzt auch runter. Ich bin vor dem Guardian-Haus, aber da liegt nichts mehr. Ne? Ne. Ich beobachte dich. Für Licht und für AK, so ein Scheiß. Okay. Richtung Czerno. Und da läuft einer, da läuft einer, da läuft einer auf der Aufstraße. Der ist links reingerannt, ne? Ja, aber der läuft weiter. Wo läuft der? Der hackt nur im Backpack. Soll ich die... Hello, dude. Stop, stop, stop. Oh, ist das schnell. Wo ist der? Hello, we are friendsy. I'm friendsy. Auf der Hauptstraße, neben der Polizei, ist ein rotes Haus. Da ist der. Hello? Okay. Ich bin am roten Haus. Hello. Der hat eine Hand im Backpack. Kann dir jemanden fressen? Wo ist denn der? Ich bin an einer Feuerwehrstation. Ich bin an einem Krankenhaus. Nein, nein. An der Polizei, an der Polizei. Und da stehen wir auf der Aufstraße. Ich bin auf der Aufstraße. Oh, okay. Auf der Fire Station liegt ein Toter. Do you need something? Leck ihn ab, leck ihn ab. Leck ihn ab, leck ihn ab. Wait, wait, wait. Ähm. Are you hello? That's my friend. Ja, ja. Tötet ihr hier Bambis, oder was? Nee. Wir fressen die. Hat nicht geklappt. Das ist ein Toter. Wo ist ein Toter bei der Polizei? Nein, doch nicht. Das ist niemand. Er läuft in dem Haus, wo wir gestern gemetzelt haben. Da läuft er hin. Oh, fuck. Ich sehe ihn nicht mehr. Nee, hier links. Rechts, genau. Hier links. Und geradeaussehren. We will and we save you. Don't need a fight. Bleib stehen und gerett dich, hey. Er bleibt stehen und er schießt. Ja, der ist nicht stehen geblieben, was soll ich machen? Das will nicht, hi. Torben, ne? Ich erkenne das immer wieder. Der ist hier jetzt irgendwo. Ja, hier in dem Haus, denke ich mal, die Tür ist zu. Wo ist er denn hängen? Hier liegt ein Drive-Berg in Rot. Kann man die färben, wisst ihr das? Nee. Bisher nicht. Ich habe ihn ins Bein geschossen, aber er ist nicht umgefallen. Also halt. Er war aber auch am Bluten, ey. Wie sonst was. Hat jemand SKS Munition? Schon anstrecken, oder was? Hier habt ihr doch 15 Fuß richtig. Ja, ich habe jetzt nur noch 6. Ähm. Ja, wir gehen in die nächste Stadt jetzt. Genau. Weil ich finde ihn ja da. Also ich bin jetzt gerade in der Kirche. Wo ist denn denn hier gelaufen? Hier. Eine Ahnung. Versuch dir den Kopf zu schießen, dann ballert dir nicht sein ganzes Zeug kaputt. Ja, ich wollte ihn ja nicht kämpfen, ich wollte ihn nur die Beine kaputt machen und dann hier fressen ihn und den Wörterstück aufziehen. Ja, ja, ja. Sagen sie dann alle. Ja, das Resten dauert immer so lange. Ich habe ihn fast nicht bemerkt, aber dann hat er sich umgedreht. Da hinten rennt einer, wie ist das? Ähm. Wohin? Wir sind in der Kirche, bin ich mit dem, mit der Rack. Gehst du auf mich, Kerl? Was? Hast du gerade auf mich gezielt? Äh, ja. Und du machst jetzt die Kirche auf, ne? Leute, wir brauchen unbedingt Armbänder. Ja, dann macht euch mal welche. Ich habe welche. Ah, ne, ich habe doch keins. Oh Gott. Ich auch nicht mehr. Kann mir mal jemand ein Rack geben? Warte, ich, ich, ich doppel's mal hier. Ne, er hat alles dabei. Hier ist ja noch eine Karabine. Ja, natürlich. Du doppelst? Ja, drop jetzt mal welche. Okay. Ah, danke. Drop noch. Und, und noch eins. Es ist echt schön. Es ist echt. Ja, braucht ihr noch eins, oder? Ne, jetzt haben wir. Nice. Okay, kommt der Team. Nur darauf kann man das nicht... Leute, aufpassen, ne? Die anderen tragen genauso ne Scheiße. Ja. Also, so ein bisschen aufpassen. Leute. Was ist mit der Tür los? Hehehe, ey. Hehehe. Okay, wohin? Okay, wohin? Hehehe. Okay, wohin? Wir können mal auch einen schlachten und grillen, oder? Ja, da haben wir eben Menschenfleisch gefunden bei jemandem, bei den Leuten. Da warst du auch noch dabei, ne? Äh, bin ich gerade rausgegangen. Also, wo lang lauf man? Nicht so an der Straße, würde ich sagen. Lass uns doch vorne noch dieses eine Häuschen, wo man Westen findet. Äh, im viertener Häuschen looten. Da war ich schon. Okay. Okay. Da liegen, ich weiß, da liegen, da liegen keine Westen, da liegen nur solche AK keine. Okay, Jungs. Richtung Czerno. Ja, hör dich aus, dann guck mal nochmal hier in diesem Holzhaus. Ah, jetzt bin ich vorbeigelaufen. Das weiß ich dann. Und dann guck mal im nächsten, weil da ist auch Muni drinne. Da war ich auch schon drinne. Da war ich auch schon drinne. Ey, ist da wirklich anders gelootet worden, ey. Ich brauch SKS, Muni. SKS, Muni, der, der gerade esst. Was? Das klingt, als ob du essen würdest. Ja, ich hab ne Kalt-Union. Ähm, wir sollten vielleicht nicht so offensichtlich hier umher junglen, oder? Ja, genau. Egal, jede, die trauen sich eh eh nicht uns anzugreifen, weil... Bis jetzt hat's mal geklappt, irgendwie. Dann kamen die raus, dann haben die erschossen und haben mit deren Luft. Ja. Aber immer so voll knapp, dann kam, und waren die mit ner Pistol, dann konnte der eine seine Shotgun gar nicht ausziehen. Ja, ja. Dann, dann, dann müsste ich hummeln. Mich hat einer mit der Axt umgehauen. Einmal schön gezielt gegen Kopf und nicht so umgefallen. So, jetzt covert mich mal. Okay. Echt keine Westen, heller. Okay. Ich bin im Action House. Bin weg. Okay, Leute. Zum Chernobyl. Wenn jemand einen Kinderlustack hat. Okay, los, laufen wir weiter durch. Oh, hier legt eine Shotgun. Sieh mal Shotgun-Munition? Ich brauch Shotgun-Munition. Ja. Aber ich kann doch natürlich was empfehlen, wenn du was willst. Ja, so zwei Schüsse vielleicht. Zwei Schüsse brauchst du? Als Notsituation einfach, dass ich... Oh, ich bin so'n Scheiß-Zummi-Internet. Wo seid ihr? Wobald du erstmal. Ich hab ja noch ne Waffe. Ich find's gleich bestimmt noch. Ich bin weiter durchgerannt. Richtung Strand. Wo das rote Backstein-Gefäute ist. Und das grüne. Also ich kämpfe grad gegen... ...den Zombie. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Das ist ja nicht. Also ich bin hinter dem Wickschnhaus. Wo soll ich lang, um euch zu treffen? Ähm... Richtung Strand. Rote Backstein-Haus bin ich. Wo wir uns gestern getroffen haben. Ah, okay. Wollt ihr da lang Richtung Channel gehen, oder? Wer macht denn hier ne Tür auf und zu? Also ich hab nichts auf und zu gemacht. Ich hab ne Tür aufgemacht. Ja, okay. Ja. So, da wendt einer. Einer von uns? Ich glaub schon. Ich bin jetzt am Backstein-Haus. Rotes Backstein-Haus. Ich bin dahinter. Hi. Dann noch einer. Und wo ist der letzte? Da. Ach, da. Alles klar. Küste entlang oder Wald? An der Nordsee-Küste. Küste. Ich will erstmal hier noch ins grüne Gebäude. Gucken, ob ich ne Jacke finde. Da war ich schon drüben. Da ist nix. Da ist nix, okay. Alles klar. Da war ich schon. Das sagt er immer nur so. Dann geht der schnell rein und nimmt das. Bei dem Heuchern da vorne war ich auch schon. Ja. Also zwei laufen links, zwei laufen rechts, ja? Loppelager. Stimmt. Mhm. Du hast keine Freunde. Haha, forever alone. Ich bin so euer Aufpasser. Du bist unser Aufpasser. Das war gut. Du bist der, der die Enemies immer lockt. Dann kann ich ja jetzt laufen und dabei rauf gehen. Ah ne, dann laufe ich noch irgendwo gegen und da jetzt stecken oder so. Ja, dann müssen wir dich noch irgendwie schlagen oder so. Schlag ist bei meiner Rundführung nicht gestattet. Toll, nicht das. Wir werden in uns freie Gruppe. Talent Master, hallo auch. Hi. Hast du eigentlich schon den Spielmann laufen? Ja, genau. Ist gerade aktuell. Haha. Ja, sind noch einige Leute schon da. Fünf Personen. Wenn das stimmt noch. Nice. Dann müssen wir dir mal was lieben hier. Die denken sich ja, die denken sich auch noch. Oh mein Gott. Ja, unterwegs im Vierer-Squad. Ich hab ne SKS, ich hab ne SKS. Oh. Und keine Muni, und keine Muni. Doch, da ist ein 10er-Round-Tip drinnen. WTF. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da ist einer mit viele Rucksack gebraucht. Wer schießt denn jetzt, ja? Der ist kein Eisenhardt. Das bin ich. Achso, dann bist du. Okay. Ey, ich bin die ganze Zeit weitergelaufen. Wir müssen mal wirklich den Holz angucken. Da ist ein 10er-Ringspunkt drin. Gesundheit. 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 Wer auch immer das war. So, ich hab ne SKS, Leute. Wir sind gerettet. Ihr kennt ihr das von Spongebot? auch hier wird er braucht jemanden mit einer Orangenen Saloon Back Orangenen Saloon Backpack da in hintersten Räumchen irgendwo ich will ich will lieber Orange ist hier zum Mainstream ja ich will zum Main hier sind also die blauen wo seid ihr denn Jungs jetzt alle 1 2 ich bin hier mit dem SKS Typen unterwegs ja ich bin auch da ich bin ganz weit vorne hier seht ihr mich? ich bin Sheen aber ist es normal dass es in einer SKS ein 10er-Wauchgriff drin ist? wenn jemand den reingeladen hat der Nikolaus war das vielleicht hat er da ne Sniper gefunden dachte ich habe immer die Sniper mit hier ist der Brat vorne so und wo ist der der ganz vorne ist? ganz vorne ah ok hier auf den Schien auf den Schien auf den Schien kannst du ja mal schreiben 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 wieso die hier ist Korte urte ich auch ab diesen Pros hahaha bisher, wie so aus, sah es recht gut aus ne? ja heute schon, ja obwohl wir sind echt häufig auch noch gestorben ich brauch SKS nicht so du hast du auch ein 10er-Round Ja, jetzt hab ich insgesamt so 17 Fuß mit der SKS, das ist nicht da viel. Ja, du musst zielen, dann brauchst du nicht so viel. Ja, ich kann dich ja jetzt ausprobieren, warte, du bist doch da. Nee, nicht jetzt, du bist ja total aus dem Atem. Ich hab grad so überlegt, ins Prison rüberschwimmen. Liegt da noch Loot eigentlich, wart ihr das mal? Ja, aber da müssen wir bis nach Kamenka laufen. Ja, ja, stimmt. Ach, das geht aber eigentlich? Ja, aber erstmal Czerno passieren, ne? Ja, erstmal Czerno überleben. Ich bin der Führer. Du bist der Führer? Ja, nicht von der Bande hier. Das war jetzt ein Outing, ne? Outing. Wir sind eigentlich hier mit der Schott ganz da. Seid ihr schon an den Häusern vorbei jetzt, an diesen zwei? Ja, schon. Hä, von zwei? Die hier zwischen Czerno und Elektro kommen. Wir kommen gleich zu drei Häusern. Drei? Sind das drei? Eins, zwei, drei, okay. Ne, bei Bahnübergang. Ja, genau, da bin ich auch gerade. Okay. So, wo ist der dritte? Vierte? Einer war doch hier vorne schon. Also wir sind zu zweit hier. Hinter euch. Also ich bin hinter irgendjemandem. Okay. Ja, ich... Hast du ne Schriftgarn in der Hand? Ich hab ne Schriftgarn in der Hand. Ich hab ne Schriftgarn in der Hand. Ich bin auch hinter dir. Achso. Hab ich hinter dir. Aber... Wie viele sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, wir sind schon einige auf dem Server. Das ist gefährlich. Einige. Ja, 54... Äh, 50 von 50 Leuten. Einige. Genau, so war das gemeint. Deswegen, ähm, hier bei diesen Häusern war doch immer bei diesen Hügel da, wo dann die Straße kurz hoch geht und wieder runter geht so ein fetter Stein, ne? Der ist jetzt weg. Äh, Leute, hier liegen in den Häusern und bin ich noch nicht gelootet worden. Hier sind manchmal gute Sachen drin, ne? Die Türnen sind offen. Hä, die sind doch schon gelootet. Da waren doch schon welche von uns. Ach, ihr wollt schon jetzt? Ich nicht, aber... Ich ja. Also wir sind jetzt hier Sumpfgebiet schon. Ja, dann komm mit. Wir hängen voll hinten dran. Wir hängen nicht hinten dran. Wir sind vorne weg. Oder? Ja, ich mein ja nicht ich. Ich mein ja den hier, wo bei mir läuft. Bist du nicht der mit der Rack? Ja. Ich bin der mit der Rack. Achso. Ich bin der mit der SKLS. ich bin der mit der Rack. Ich bin der mit der Lille. Oh, hier ist ein Schuppen. Hier ist ein Picking Ex. Und der völlig gekündigt. Ja, so langsam brauchst er wieder was zu fressen. Die Leute wo sind die denn? Sumpfgebiet Sagt dir was? Sumpf ist elend Kürz ist ein Spieler Deadfight is in Bogen, Achtung Friendly 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 Kommt geradeaus weiter Ich geh ihn Puh, Puh! Lass dich verarschen! Luca, bring Luca um! Okay, ich hab' ihn! Ja, eine Kugel von dir hätte mich fast gestriffen! Ich find' das auch ne geile Aussage! Eine Kugel von dir hätte mich fast gestriffen! Wartet auf uns! Ist der in der SKS-Medition? Nee! Der mit seiner SKS! Der hat mal fein mit oben, wir nehmen dich mit, voll geil! Kannst du mal versuchen, die Pfeile in deine SKS reinzutun? Versuch mal mit dem Pfeilenbogen zu schießen, das war letztens noch sehr buggy und ging nicht! Ey, komm, wer hört der mit der Shotgun? Das schaut bei mir aus wie... ...schaut das Buddy auch so aus! Weiß nicht, wo du bist? Seh' dich nicht! Ach da! Diese Wurzeln, schaut wie das Buddy auch so schlägt! Hier, der Kerl blutet noch, ne? Was ist das denn hier? Ja, das sieht mega groß aus, ne? Warte, ich will mit ihm reden! Wo seid ihr? Der ist tot, der ist tot, glaube ich! Er will mit ihm reden! Der hätte doch nur einen Fall und Bogen und hätte auch nicht geschossen! Vielleicht steht der wieder aus! Er wollte einen Stein nach ihm werfen! Ich seh' euch! Boah, er hat starken Puls! Long Ranger! Long Ranger heißt er! Warte, ich sag' euch wieder zu belegen! Warte, ich sag' euch wieder zu belegen! Warte, ich sag' euch wieder zu belegen! Was? Hat grad jemand, der Mann das fehlt? Ich tu' Mann das mal hin, ne? Geh' das mit Pfeil und Bogen! Weiß nicht, wie der eben geschossen hat, aber ich krieg's nicht hin! Wo ist der Pfeil und Bogen? Was sag' ich doch? Mit einer Hand! Mit einer Hand noch! Aber er hat doch echt geschossen! Seit wann heißt der Pfeil für die Ladbauer? Äh, geht aber nicht, ey! Du brauchst Akku! Guck mal! Du brauchst Akku mit Defi, Mann! Was ist das für ein Defi? Ey, ich würd' ich gerne wissen, was der für ein Backpack hat! Dass er alles schleppen kann! Wer? Der mit dem Defi! Der mit dem Defi! Ja, das ist gleich zu viel! So, ich dock die Kacke jetzt! Hat der von euch ne Bogen nicht Frieden dabei? Nee! Nee! Ja, dann, äh... Ich hab nur Saline back! Ich hab nur Saline back! Ich hab nur Saline back! Nehm jetzt einfach mal sein T-Shirt und reiß es in die Stücke! Ich hab meine Bernkfalle! Saline back! Hast du nur von ihm gegeben oder? Ich hab ihn aus! Oder hat er schon ausgelockt? Ohohoho! Der lädt noch! Der lädt noch! Lass ihn! He'll end up and he shoot you in the head! Der ist doch bewusstlos! Du Schwungo, ey! Das ist echt ne Typ, ey! Na? Wir wollen ihm doch helfen, ey! Erstmal auf ihn schiefen! Hey, wo ist der Bogen? Also ich hab ihm jetzt nen Saline back gegeben! Meinst du, er steht auf? Hey, wo ist der Bogen? Scheiß auf den Bogen! Was ist das? Oh, ey! Guck mal! Ich kann hier... Ja, fang an! Fang an! Gib mal an! Los, gib ihm! Alter! Wie geil ist das denn? Los, pump, pump! Links, rechts, hoch, runter, hoch, runter! Er hat immer noch einen starken Puls! Los, wir schaffen es! Nicht alle auf einmal, sonst... Ich will auch! Das ist ja geil! Du vergisst ja mal zu atmen! Nach 30 Mal musst du mir zweimal... Geh? Nach 30 Mal ist mir der Finger abgestorben! Du musst ihm zweimal mit der Zunge küssen, sonst hielessen! Wie kann ich mir im Bogen schießen? Kann ich mir im Bogen schießen? Oh, ist das anstrengend! Komm schon, Luca! Du schießt das! Komm schon! Komm schon! Der was? Der ist Luca! Ich bin Luca! So! Luca Toni! Mann, ich kann mit dem Scheiß freundlich schießen, das macht euch ja küssen! Das geht doch nicht! Der rufen mich zum Ziel zurück! Oder drückt es G, dann wird er den Bogen! Weil das bringt was, was sie hier machen! Nee! Oh, festgenommen! Lass mich! Fuck, Alter, ich hab keinen Schlüssel dabei! Oh oh! Guck mal, wie er läuft! Bleib, bleib, bleib! Er hat alles mit, ne? Schlüssel, Handschellen! Der hat den übergroßen Hutzler! Das erinnert mich wieder an gestern mit der Flergang, die Daniel Mosin in der Flergang hatte! Steh auf! Steh auf! Du brauchst gar nicht zu mir zu kommen! Wo ist denn hier unser, äh, unser Flash? Ich versteck mich hinten im Gebüsch! Außerdem ist das falsch! Eigentlich muss man es auf den Brust machen und nicht auf seine Rücken! Aber egal! Wir machen weiter! Wir machen weiter! Also bei mir drückt der auf den Boden! Also... Ja, wie bei mir! Und da unten noch besser! Ey, wer läuft denn da mit den Handschellen in der Hand umher? Der wird nicht boxen, ey! Der ist ein bisschen sauber, der Junge! Immer diese jungen, äh... Aggressiven... Nicht aufgeben! Aggressiven Jugendlichen! Ist doch... Way too far away! Scheiße! Also Jungs, echt! Der Arme da! Ah, ich glaub der hat schon... Ne, obwohl wenn er respawnt, dann ist es eigentlich alles weg, oder? Genau! Dann können wir die gar nicht mehr... Ist das der Stream gerade, was wir hier machen? Ja, die... Ach, die... Wenn ihr hier mal eine Saline weggegeben habt, dann müsst ihr doch so längs aufstehen! Ja, eine hab ich denn schon gegeben! Ja, dann... Doch eine sollen wir jetzt nicht verschwinden, oder? Soll ich mal was zu essen geben? Dann das hier hab ich ihn auch! Das ist doch mit dem... Wir haben doch diesen Salinen-Bug, den wir vorhin gelernt haben! Ey, 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 ey du hier ein Blau! Bitte, ey! Stell dich mal hoch! Gib ihm mal Vitamine! Ich tue alles, was ihr da habt! Warte, stell dich mal hin! Stell dich mal hin! Ich will dich nicht schlagen! Wenn du mich schlägst, bitte, darfst du nichts treten! Du willst dich festsehen, was willst du? Nein! Ey, ich hab... Tret dich mal um! Hast du Epinephrine? Ja, ich geb ihm den! Ich hab... Ey, Flash! Geh, komm! Oh, jetzt geb den mir selber! Oh, wie wohl! Flash! Bleib mal stehen! Äh, 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 neig dich nach vorne, neig dich nach vorne! Ne, ich kenn das schon! Ich hab das bei... bei Malfuyu, glaub ich, gesehen, oder bei Sarasa! Weißt du, was ich mein? Bei dem machen wir jetzt mal vor, damit er keine Angst hat! Hey Guy, sorry! Schau mal, schau mal, schau mal! Mach dich weg, du mit deiner Elektro-Cradle! Er macht wieder Lungenmassage! Meint ihr, der lebt tot? Ja! Du hör auf mich zu schlagen, den Peller, ey! Ey! Hey! Was versuchst denn du da? Ich will den, ich will den, ey! Er macht es süß, wenn ich den treffe! Hier, ich glaub, der ist tot! Nee! Long Range has a strong pull! Der lebt noch! Ja, er lebt noch! Okay, Jungs! Lasst weiter, oder? Oh! Er ist tot! Nein! Äh! Ich bin safe! Goodbye! Hier hast du, hast du in den Elektro-Cradle ne Batterie? Batterie? Ja, ich hab, ich hab keine Batterie! In den Cradle ist noch eine, oder? Wo ist der Typ mit... Mann? Ich will! Wo ist der Typ, wo mich gefissen hat? Ja! Jetzt komm mal her, Junge! Das ist weiterlaufen! Wir haben eine Aufgabe! Ich bin mir schuldig überwirst du! Ja, die auf jeden Fall nicht! Da schließe ich mich nicht an! Also, liebe Zuschauer, ich schließe mich dem nicht an! Ja, genau! Und jetzt, ja, das macht euch nicht vor! Da, wir stehen, wenn ich versuche, den wir zu überleben! Wenn das Queen zeigt, das ist eine gute Zeit, aber wenn er nicht Queen-Tater mit hat! Dann sind wir richtig beendet, ne? Ja! Ja, ja! Ja! Also, das war... Wer hat ihn erschossen? Wie heißt du? Weißt du, da sind ja solche Bände... Nee, ich hab ihn erschossen! Hey, wir sind solche... Ey, wir sind solche... Ey, wir sind solche Bände, die trinken Kappen Sonne ohne Strohhalm! Aber ihr müsst bedenken, er hat auch nicht geschossen mit seinem Bogen! Ja, also, das war... Ja, natürlich, das war Notwehr, aber danach hat... Hat doch der andere auf ihn eingeboxt! Nee, ich hab ihm dann den Rest gegeben, weil ich kann das nicht leiden, wenn Menschen leiden müssen! Ja! 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 Wir sind gerade an der Küste! Aber wir haben uns gerade, glaube ich, irgendwie verloren! Ja, wir sind an der Küste und ihr seid da rechts bisschen weiter! Ja, völlig! Alles gut! Ich glaube, das seid ihr an der Küste und ich glaube, das ist so! Also, ich brauch nach wie vor noch was zu essen! Echt? Was? Oh! 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 Wird schon auch bei dir alles grau! Ja, schon schon bei ihm! Oh! 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 hey du Arme lass mal ein Bein schießen oh ja ey besser wir fesseln ihn und den Sack über den Kopf und dann lassen wir ihn in die Falle reinlaufen ey wer hat das grad gesagt? der wo mich schon mal gefesselt hat? äh nein hahaha wir müssen zusammenhalten ne ich denke irgendwie fest hier läuft nicht mehr wolltest du mich grad schlagen oder was? ne aber meiner ist nicht mehr weitergelaufen in welchem Grund auch immer also meiner ist hungry ja komm mal zurück ich hab hier Sardinen für dich was hast du für mich? Sardinen ah ok da sind diese kleinen wirklichen Fisse da hier davon sieht niemand ja ich hoffe auch nicht äh und hier hab sie gejobbt kann ich natürlich auch füttern wenn du willst ne ne das krieg ich alleine oh ey geile Rucksäcke brauchen wir eigentlich ne bei dir so geile Rucksäcke auf jeden Fall ja cooler Typ ne Mann ich brauche keine scheiß Tomatenzahn ich brauche SKS-Money vielleicht sollst du eine Patrone nehmen und sie pflanzen vielleicht wachsen dann mehr Patronen bitte? brosa99 hallo hallo brosa99 hallo brosa99 hallo brosa99 hallo he hallo hallo wo sind wir schon da? ja komm fahren wo hin wir wollen ja komm fahren wohin wir wollen nee wie hörst du nochmal just place Cole flash die Blaze oh hallo ja den Leiter Flasch weil er so schnell ist generaue er hat der Sportblatt vielleicht die vielleicht die um nach wie sie noch zu zweit jene LV also ich bin schon bei und gleich am Strand bei dem er bei dem und bei diesen Lutwäuser da bin ich gleich ja du läufst auf den Schienen Lauf an der Hand hat jemand die Usko? hier ist gar nix wisst ihr wo die Garnienhäuser sind? da ist jemand beim Loothäuschen das bin ich ich wollte gerade an wie sie an ich habe einen Mosenschuss gehört ich habe einen Mosenschuss gehört wer läuft hier vor mir? das bin ich ist das hier das Krankenhaus? links von uns ist dieses Tech-Gebäude und von der Stadt aus kamen gerade Mosenschüsse aber Leute müsst ihr aufpassen ja weil hier googelt es wieder pass auf da vorne ist Police Station also bei mir fühlt es nicht ich habe 70 FPS ach du scheiße wie viel? 70 aber was hast du für eine Grafikkarte drin? Nvidia GeForce GTX 970 Freak seid ihr im Police Station drinnen? ja ich komme wieder raus ich bin hier im kleinen Häuschen davor und bewache ich bin ganz oben in dieser Gruppe dahinten läuft einer wo? zwei laufen da wo? ja ich sehe sie kommt hier lang Leute nicht so schnell er visiert an sind die da? sind die da? nicht bewegen hier auf der Straße ich kann den töten ist der da bei den Mäuschen? läuft der du siehst mich doch hier das bin ich da hinten neben der Mauer ne? zwei Stück einer ist da rechts über die Straße der will uns eben laufen mit der andere Hofdrasse tötet den da hin wenn er nicht lehnt so ach schon LOLL Alter wer war das denn? ich hab sie gedacht das wärst du cooler Typ Pass auf dass du nicht gleich geflankt wirst rechts daneben ist noch einer rechts daneben ist noch einer rechts daneben ist noch einer ja der ist im Kankraus der ist im Kankraus ich umlaufe das Heimkauer ne der hockt da der hockt da der kommt um die Mauer also den mit den Hellen hab ich ja erwischt ne? der andere ist genau an der Mauer da guckt er welche Mauer? rechts ok er kommt erst vorgerückt da wo der Zaun ist hier der blaue die blauen Tore Achtung ich bin jetzt am blauen Tore 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 ich verwechselt ich seh ihn wo ist er hingelaufen? er ist hinter der Mauer eh wo bist du? ich bin jetzt am blauen Tore was für'n blauen Tore hier an dem Krankenhaus Achtung! direkt auf mich wo? hier hier hinter dem Krankenhaus genau dahinter hat Jure von euch ein Hunting-Backpack Nein Nein Töte ihn ist er reingelaufen der ist reingelaufen oder? ich bin tot da waren mehrere Fuck! kommt her kommt her das sind mehrere da ist einer mit Alter der hat bei mir richtig geleckt das sind mehrere oder? Lass die Zombies reinlaufen lass die Zombies reinlaufen und dann renn ich hoch Alter der hat bei mir irgendwie richtig geleckt ich hoffe auf den geschossen und auf einmal war er links dann wieder rechts dann wieder links da hinten kommen Zombies und da war auch ein gröblicher Spieler wir können eigentlich oben hochklettern oder? da hinten bei der Halle da kommen Zombies oder irgendwelche Spieler hinter der Mauer also ich bin hinter dem Krankenhaus da hinten ist wieder! da hinten ist wieder! hinter dem! hast du ihn? hast du ihn? nein wir sind wieder alle Zombies auf ihn ich bin im Werden-Zinn gesponnt ich bin nicht rum da rechts ist er rechts ist er geht euch die Lücke da sind auf jeden Fall glaube ich mehrere weil ich hab noch Schüsse von links kassiert ich bin vorne am Haus ich muss mich kurz bandagieren ich hab schon mal den einen MP5 aufgesammelt von mir ruckelt zu richtig seht wie noch umgebeutet wird der ist hier bei dem Haus wo? ah ich loote hinter dem Holzhaus hier wo der Brunnen ist direkt dahinter da rechts! rechts vor dem Haus sorry aber du hast du bei mir gelächter ja ja ah ich werde von Zombies angegriffen ich muss in Deckung der ist hinter dem Holz er ist jetzt er läuft ja nicht zu er läuft ja nicht zu pack ihn dir ne seid ihr das? nein nein pack ihn dir der hat ein Hunting Backpack ne? ja 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 der hat ihn weg weg ja der hat ihn weg weg hier links ist er er läuft er läuft vom Gebäude weg vom Krankenhaus weg ich bin ich bin ich bin vom Krankenhaus ja er ist hier hinten wo die Mauer anfängt die andere Mauer ich muss mich bandagieren ich bin am Blumen aber hier ist ein Zombie ist irgendjemand krabbelt hier ich hätte ihn töten können aber der hat zu bei mir gelächtert der war links hinter dem Krankenhaus äh da ist ein großer Turm da ist einer wer ist denn im Krankenhaus im Krankenhaus ich bin in der Nähe im Krankenhaus wer ist im Krankenhaus das ist wahrscheinlich dann noch der zweite Spieler jemand im Krankenhaus mit Mk weg Rucksack nein ich hab Mk weg er ist der zweite Spieler glaub ich hier ist jemand hier ist jemand ja ich bin am besten ich bin am besten ich bin am besten oh Digger ruhig Blut also ich hätte dich fast genommen wenn Ende 5 jetzt ja aber ich glaub oben ist wirklich noch jemand ja ist hier wieder geladen also ich bin hier mit dir im Haus ne oh ah aber wo ist denn der Kerl jetzt hin mit seinem Hunting Backpack guckst du da um die Ecke oder was ne ich bin hier hinter dir direkt wer liegt denn da auf dem Boden Leiche ich bin im Mk aber ohne Magazin kannst du dir mal irgendwo zu dem Salin weg geben was du denn wen dir ja meinst wir sind ja sicher wo ist der Kerl wo seid ihr wo seid ihr ja ich kann ja so lange mit der Shotgun ich bin am Boden wo seid ihr im Krankenhaus December startet in 10 Minuten neu wir sind vor dem Krankenhaus da ist so ein kleiner Flur aber nicht hoch hin und der andere ist geradeaus rausgelaufen oh dann muss ich noch mit Janus vornehmen hast du Salin bekommen? hier äh ja wisst ihr wo ich meine wo der andere ist? ne warte wenn wir hier raus gucken geradeaus da ist er hinter der Mauer oder was? ja genau irgendwo da ist er reingelernt oh ich muss noch meine Leiche nehmen ich muss noch scheiße ich muss noch meine Leiche nehmen ich muss noch scheiße ich muss noch meine Leiche nehmen wo liegt denn seine Leiche eigentlich? hier genau hier rechts genau vor uns ist er das? ich bin bei euch gespawnt lasst keine Leiche in Ruhe oder ich töte euch alle für Spaß ja ich hab nur die Flair an rausgeholt da hinten liegt immer noch der eine den ich vorhin geholt hab ja da hab ich schon gedootet ja da hab ich schon gedootet ja da hab ich schon gedootet wo ist der Drecksack? ich glaub jetzt halt bei der Polizei ähm online Bloodred Boarhammer German yes habt ihr das Seaman? ok ich hab Server ist weg äh da müsst ihr euch schnell wieder rechnen der ist noch nicht neu gestartet doch man kann doch gleich nochmal loopen doch doch das startet in 10 Minuten erst das ist immer so man kann gleich nochmal ganz kurz rein und dann startet der das neu glaube ich wollen wir es mal versuchen oder was? ne das sind null drauf so weiter gehts warte auf wassd ne alter der such kriegst du sehr in der flach hä bei mir wird der Server nicht angezeigt ja verlaufen aktualisiert wir wollen die Server steigen ja German ja German German yes oh man ey sind rührende also wir leben alle noch oder wie? nur der Kerbit ist gestorben ja unser treuer Anführer aber ich glaube der hätte kein gutes gewährle Gegner weil der hätte mir schon viele Schüsse gebraucht also der eine hatte ne ok ich bin wieder drauf boah der hatte ne AK ne AK ohne Magazin und ne MP5 die MP5 habe ich mir geschnappt von denen ja aber da hat irgendein anderes da war noch irgendein Anderer der eine der ist raus der ist geradeaus also raus aus dem Krankenhaus gelaufen und da auf dieses Gewerbegebiet wo dieser große Torwart steht ich bin auf dem Server also vor dem Krankenhaus ich auch und es könnte noch jemand oben drin sein ok und sie sind auch da ey Leute ich bin gespawnt aber ich kann mich nicht bewegen ja warte noch ein Stück könnt ihr mich sehen? ich bin da im Krankenhaus ja ja er möchte immer noch weg vor Ort ne Tür ist aufgegangen ich bin das ich bin das ich bin das ok ok Leute könnt ihr mich noch beschützen oder? wir sind doch hier direkt bei dir ich kann mich überhaupt nicht bewegen ist alles zugefunden ok ich geh zum Lootholz gucken wo der andere sich versteckt wenn der wieder drauf kommt müssen wir die Chance nutzen wenn er steht ok ok Server füllt sich ja ich bin grad beim Loothäuschen da am Strand ich hab wieder ich hab wieder ne SK ich hab ein 75er Makaxi gefunden kannst du für mich ne Weste mitnehmen? ne Weste? ja ne Weste wenn du an einem Häuschen bist Karl ach so ja nimm mal zwei mit mach mal in die Weste noch ne Weste ja kann man nicht tragen ja ah stimmt stimmt wer ist das? wer ist das? ich spawren grad wieder neu ich hab die Verbindung verloren müssen wir eben auch also hast du auch ne MP5 hier? ja kann ich auch wo bist'n du? ja wir meinen MP5 von dem Team auch oben ok ich hab ne SKS mit richtigem Schuss hast du noch Munition? ich hab zwei Magazine aber sonst keine Munition ok ok ich hab noch die Rack der Spieler wiederkommt? ey wie lange das du irgendwie dauern willst unglaublich komm nicht auf den Server richtig meint ihr es war oben jemand aufm Dach oder so? keine Ahnen ich geh kurz hier raus geradeaus ich geh mal kurz ich bin jetzt bei der Pointside ich bin jetzt bei der Pointside die Überhand gewinnen ich muss nicht oder ist es ich versuch mal mich ein bisschen hoch zu gehen ich hab jetzt wieder ne SKS mit richtigem Munition ja wo seid ihr? immer noch am Krankenhaus? genau Krankenhaus hier grad die Treppen hoch zu gucken was hier oben los ist die waren raus zum Essen ich bin jetzt nicht aufgeraumt oh yes I'm starving shit kommt jemand Treppen hoch? ja ich bin gerade hi ok jetzt find ich auf jeden Fall was zu essen bestimmt ne was? müssen wir Police Station neu looten oder? Server Neustart ne lass mal hier hinten hingehen da ist ein Hilo Spot wo? da laufen wir geradeaus raus und dann rechts raus und rechts? raus, raus und rechts und dann links hinter die Mauer das hinter die Mauer kommt da kam doch der Kerl? ja läuft da geradeaus ich bin hier rechts so ich bin auch wieder dabei bei mir ist noch alles ziemlich grau von mir hat das mein Solid-Pack irgendwie nicht funktioniert ja machen wirs gleich nochmal wenn wir in Sicherheit sind ich bin's ich bin's ich bin's ich bin's ich bin's ich bin's alles gut ich brauch Fresschen hier ist der andere aufgelang gelaufen also Vorsicht hast du jetzt gerade gesehen oder wann? ne Bombs Restart ich glaub er lange ich bin mal zu dem Loot-Häuschen da vorne ja ja da kommen wir als aufwändig wer schießt? wer schießt? ich nicht ich hab nicht geschossen ich hab keinen Schuss gehört hier schießt jemand also ich bin schon hier vorne da hat gerade jemand geschossen MP5 oder sowas ähm wollen wir uns mal eben kurz irgendwo für chancen? woher seid ihr denn Jungs? ich bin hier in den Hof drinnen ich bin jetzt am Loot-Häuschen wir sind links langgelaufen vor dem Gebiet links an der Mauer lang und dann gehen wir aber auch auf diesen Hof jetzt da ist ein National-Heidel-Squatch wer ist das hier? ich ja aber da ist nicht also da war nichts passiert da sind Schüsse hinter uns von hinter uns ich stehe jetzt hinter der Mauer und hab einen Blick auf das Guardian-Haus SKI Schüsse ja ok also ich renne jetzt Richtung grünes Gebäude ist das weit weg von euch? weit weg von euch lauft mal ganz raus also die ganze Zeit geradeaus wo wir äh aus dem Krankenhaus jetzt einfach die ganze Zeit geradeaus bis ihr wieder rauskommt aus der Stadt ich bin dann hier an die roten Ziegelsteingebäuden ich hab Schüsse gehört Maschinengebäude ja komm von Stadtinnere also ich hab euch verloren ich weiß nicht wo ihr seid geht einfach raus ganz hinten raus bis ihr an die an der Wiese wieder ankommt außerhalb von diesem Gebiet hier ja an der Eisenbahn vorbei? ja ja warte ich bin noch an keine Eisenbahn vorbei ja wo seid denn hier? ich renne gleich raus aus der Stadt schon wenns nichts krank aufstehen ich bin jetzt mal in den Hausbeustern ich geh mal kurz in ein Haus rein hier ist noch ein Eidelspot hier nicht aber nix ey das ist ja krank ich bin jetzt an so einer Statue hier ist noch ein Krankenhaus ja genau die seh ich gleich wenn ich aus dem Fenster gucke lass uns doch da unten drinnen treffen alles klar das ist ein Schuss ich komme von ich bin noch gleich zu dem anderen seht ihr mich? ich komme da jetzt Richtung Eingang gesprintet da hinten ist grad jemand gerannt rote Backsteingebäude ist grad ein Nubi gerannt wenn du jetzt nach rechts guckst rotes Backsteingebäude also ich geh jetzt in dieses links rein ich war an der Bushaltstelle und ich glaub ja ich geh jetzt ins Schwulgebäude rein gleich der Zombie der Agro Zombie genau da war auch der Typ nicht mehr Agro wir fallen jetzt um ein Schuhgebäude mal hin ich bin jetzt halt bei dem Hutholstchen hinter der Feuerwehr wieso ich muss essen ich muss essen ich bin jetzt im Schuhgebäude da seid ihr auch oder? bist du Vordereingang? ich bin schon in den großen Hütten aber nicht Vordereingang ne? ne ich bin in der Sporthalle welches Schuhgebäude ich bin schon in den Schuhgebäude warte auf dem Schuhgebäude auf euch dann oder? welche Sporthalle? wir sind doch schon da aber hier ist keine Sporthalle nein wir sind hier in diesem Tech-Gebäude das ist eine ach aus der Statur genau Leute macht mich wahnsinnig ja ist ja egal ist ja hier im Krankenhaus ja genau ich komm zu euch aber das sind zwei glaub ich seht ihr denn das Schuhgebäude? hat jemand zufällig was zum Aufmachen und Dosen öffnen oder so? ja kommt erstmal hierher dass wir uns wieder gesammelt haben hallo Blotzkotz Bolz Klotz kann ich nicht mal die Namen von seinen äh zu schauen aussprechen ich hab mich grad auch stumm gehabt ey ah ist das lustig ja warum denn? der Name war so schwer ich hab einfach schnell vorgelesen ey ich hab keine Ahnung wo ihr seid ich bin immer noch hier unten ja ich bin immer noch da wo ich nicht weiß wo ich bin oh SKS von links das war ich das war ich das heißt ich bin jetzt seit beim Krankenhaus da bei den Hochhäusern wer ist das von euch? nein vor uns sind zwei Silos ein Hilo-Spot eine Statur ach du seid im Tech-Gebäude ja genau im Tech-Gebäude ja genau im Tech-Gebäude ich hab gerade schon erwähnt habt ihr mich gerade gesehen? da hab ich hab nichts gesehen hier rinnt grad einer mit dem keine Ahnung ach und oben ich lauf gerade auf der Hauptstraße hallo ich lauf gerade auf der Hauptstraße ne ihr werdet von euch am Auto werdet von euch am Auto im Auto? wir sind in dem Haus drin also zwei sind schon mal raus aus dem Geschäft warte ich fragt alter hier ist einer hier ist einer wo denn? ja hallo das bin ich wenn ihr im Auto seid ok gib ihm kannst du mir schnell was zum Aufwachen geben oder so? ja hier ja Messer zack danke schneid ich aber nicht ey hier ist die der beste wäre eine große jeder will alter der Spur ist verschwunden der Spur ist verschwunden ey hohe Spaß der hat sich unter das Auto will warten ne ich hab keine Ahnung wo ihr seid lauf einfach raus aus der Stadt in die Richtung wo wir aus dem Krankenhaus raus gelaufen sind die ganze Zeit geradeaus 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 ich war ja noch nicht mal im Krankenhaus wo bist du? dann sag mal wo du bist du an den Eisenbahnschienen bin ich ok dann lauf weiter raus aus der Stadt nicht nach rechts nicht nach links sondern rein ins Landinnere ok ja was ist jetzt hier mit der Weste? hast du keine High Capacity West genommen? ohja nein da war mir noch eine gelegen aber ich hab auch noch keine Weste ja dann nimmt die jemand oder? ja ich hab auch noch eine ich ich nein ich ich brauch keine ja hat jemand ein Smursh Backpack? ne schön wärs für eine Weste genial so hört ihr irgendwie ein paar Zombies da oder so? ich hab eine Smursh Weste ja 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 aber hinter mir ist einer ok dann ist schon mal ganz gut nah dran warte ich lauf auf die Straße ich guck durch einen anderen Eingang ich seh jetzt die Tankstelle dann links lang ok dann nach links nach links jetzt? ja da ist so ein hohes Gebäude hohes Gebäude? wenn du auf der Hauptstraße bist wo die Tankstelle angrenzt links so ein Holzgebäude? nein nein Junge wie weit seid ihr denn gelaufen? wir sind ja wir sind ja hier ist ein High Loot Point und da hinten ist auch noch einer das ist ja unmittelbare Nähe korrekt 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 ja da brauch jemand 191 Magazin du ne? ich brauch 191 ja so ok hast du uns? ne ich bin jetzt an der Tankstelle an der Tankstelle dann lauf links und da ist ein Waggon hey wer ist das hier vorne ich bin das ich bin das du bist bei der Ballotatankstelle verarsch uns nicht ey ich hab keine Ahnung der hat gesagt da ist ein Waggon bei ihm ja stimmt dann musst du dann musst du wieder nach Cerno reinlaufen auf der Hauptstraße einfach nach Cerno reinlaufen dann wird er denn hingelaufen ja der hat gesagt er muss aus der Stadt laufen wollen wir nicht in seine Richtung laufen ja machen wir auch so also wir sind jetzt weit wo's kürbelt ich glaub ich glaub grad schon in eure Richtung ich bin in dem Backsteinhaus im roten Backsteinhaus wir müssen mal was zu essen finden Leute ja komm raus ich hab ganz viel Essen für dich oh ich hab auch was gefunden aber bleibt auf der Hauptstraße wir müssen gleich mal irgendwo mit uns hinstellen weil ich muss mal ein bisschen was essen mega dann kann ich einen rauchen gehen das find ich gut Hammerhart ey rauchen ist ungesund ja ich weiß Kerbit wie alt bist denn du bei du du darfst doch das Spiel bestimmt noch gar nicht spielen doch ich bin an und samt erzähl kein Mist es liegt am Mikro es liegt am Mikro ja ja hier ich hab äh einen Dosenöffner für dich ey der hat mein Messer abgezockt haha dabei halten wie bitte? leih mir mal was zum Dosenöffnen zack was weg komm dann kriegst du einen Dosenöffner wird besser ja wo bist du? hinter dir ok aber wir sehen die Scheiße das ist ja ein Zombie hier auf der Hauptstraße ist ja noch so ein Lootgebäude ich werd bekloppt ey ich bin noch an der Tankstelle hast du eine Wüste für mich? ja wo? hey Leute da hinten rennt wer zum Schüsse wo? wo seid denn ihr genau? ich bin auch irgendwie so Schüsse ich bin bei dem so einem grünen Haus weil so wo Cerno steht ich komm da jetzt auf Cerno zu das ist so ne Schrift meinst du ne? ja ich seid ihr an der Küste oder was? siehst du mich hier? siehst du mich hier? siehst du mich hier? nein nein ich seh niemanden ja das ist ja auf der Straße ihr zwei Gott sei Dank komm mit komm mit ich hab euch verloren ich bin an den Bahnschienen wie welche Bahnschienen denn? kommst du da? ich bin an der Tankstelle wo wir eben waren in der Nähe seid ihr Richtung Küste gelaufen oder was? Leute lass mal sicher nicht ich brauch nen Scheiß wir sind Richtung Balota gerannt was brauchst du? was ist denn Balota? ich brauch ne Salimbeck ja geb ich dir gleich komm lass uns irgendwo verstecken ach da in die Richtung ja ihr wollt jetzt euch an dem Garminhaus verstecken oder? ne wo läuft der denn? wo läuft denn der hin? Kermit der Frosch was Kermit der Frosch? was Kermit der Frosch? so hier wo bist du? ich pushe dich pushe dich jetzt muss einer reinkommen mit ner Account ich würde es ausbreiten ich würde es so lachen dann würde ich die Stelle aus einem Stream aus suchen und die irgendwie in YouTube hochstellen ähm flasht und wie heißt der andere hier? Intensivtäter Intensivtäter ist so mal tot jo danke hat geklappt hat geklappt? ach klar meinste du willst mir auch noch mal eins geben? nein wann riecht man denn hier ungefähr ab? direkt am Anfang also ich gibs mach geben und dann geh ich ins Inventar und machs wieder weg ja warte wir hätten dann das Meer Dings abgelegt äh wo ist mein scheiß Salimbeck? ich hab keinen Salimbeck hier 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 ich geh jetzt halt noch zum Loothäuschen bei der Schweine aber bei der Wachstube jo ich hab's gemacht mal gucken ich bin wieder bei dem Tech-Gebäude ja dann lass uns doch dort treffen hat geklappt? ja hat geklappt alles gut hier liegt ne hier liegt ne Weste für mich ja seht ihr die Weste hier liegen? also ich seh keine Weste bei mir liegt hier einfach nur Alkohol und Schuhe okay komm da ist Buggy aber wer hat denn von euch 1911 war ach das Magazin? irgendjemand anders ich hab das komm wir rennen zum Tech-Gebäude wo der andere Kollege ist das ist das ist das ist von links wo wir eben waren an der Einheimschule von da kommt es und Körbett wo bist du jetzt hin? ich loll ich bin grad bei einem Lothäuschen bei der richtigen Schule wo die Hosen drin sind ah ok ah ok wir treffen uns jetzt gerade beim Tech-Gebäude mit dem Kollegen wieder rechts von hier sind Schüsse hab ich auch gehört ich hab noch nichts gehört seit dir im Tech-Gebäude jetzt? du kannst rauskommen wir sind an der Start-Tour gleich ich bin nicht drinnen ich bin am komm und warte wir sind hier auf der Hauptstraße ja ich hab nen Disconnect alter der Intensivtäter verliert die Verbindung ja du läufst doch da so an der Wand entlang ja du bei mir auch was ist mit der Weste hier? heute keine Haare die ist ruiniert egal ja die ist für den für den der keine Weste hat Schuss Schuss wer läuft da hinten auf der Straße? das bin ich ok ok genau genau wer hat gerufen was? das war bei mir hier wir führten ihn auf der Straße hier der rupt die und so so jetzt fehlt nur noch Kürbit wo war er da jetzt? ok komm Essen verteilen und alles andere verteilen unser tägliches Brot gib uns heute unser tägliches Brot gib uns heute unser tägliches Brot gib uns heute nice danke dir und wo ist der Büchsenöffner für mich? der Nichter super oder er hat schon eingesammelt hat schon alles weggeflückt ey der liegt hier ich hab ihn heute nicht weggenommen keine Sache ok ich hab ihn Winchester die Winchester Muni kann ich auch nehmen? ja was denn da los? da los hier ist noch was zu essen ich kann ich das auch nehmen? ja ich hab zwei Dosen eigentlich schaut wie es braucht eine habe ich genommen die andere er esst die erstmal ich die Wache und dann können wir tauschen und dann können wir tauschen du bist auch noch da? ich bin auch noch da ja wir sind im Tech-Gebäude unten ja schon ich hab hier glaub ich irgendwie so einen Einschlaf neben mir gehört ja wo ist die AT5? Leute Leute man kann von beiden Seiten kommen kommt euch das irgendwie bekannt vor? soll ich hier mal eine B-Rin von ihnen legen hab ich sogar? mach das mal ja wenn dann was warum hast du das alles? aufgrund ey hast du die MP5 wieder? ja hab ich hab ich erstmal das Platz gemacht hier 5-4-Rack hab ich noch hast du? weg da weg da weg da weg da weg da weg da weg ok ich bin jetzt bei euch ich komm rein ok ja aber pass auf wo du reinkommst du komm durch die Mitteltür ja ja gut falsch du darfst nicht von außen du musst von innen ins Gebäude rein und dann in einen Außenflur rein ich glaub ich mach dir die Tür auf dann siehst du wo wir sind von hinten nicht raus rennen da ist ne Bärenfalle ich? Junge hehehe mach dir auch die Tür zu wieder bitte ähm Casual Gamer ja gibt es auch so ich will mal eben kurz pinkeln äh den Chat ja ist schwierig schwierig zu lesen während wir spielen ich bin Feuerwehrmann Sam ja ja Casual Gamer willst du auch noch dazu kommen? ja ich will auch noch dazu hey du musst die Bärenfalle aktivieren Mann Mann ja der hat noch keine Bären gefangen so jetzt ist er aktiviert Mann ich glaub wenn er jetzt gleich irgendwie so ich glaub wenn er jetzt gleich irgendwie so Team Gruppel ich glaub wenn er jetzt gleich die sinkt und in die Bärenfalle rein Flasht die DayZ oder DayZ Flasht die Flasht die Flasht nicht so heißt die Gruppel es kommt vielleicht noch einer dazu ähm es kommt vielleicht noch einer dazu ähm der Casual Gamer schreibt gerade oder wie wisst ihr wie die Gruppe heißt hat jemand die Börlap-Säge du mit deinem Börlap-Säge oh doof gegangen ich war das alles gut Alter Junge hast du ins Mikro geschrien ey Börlap-Säge wo ist denn der vierte? hat sich ausgelaufen Feuerwehr 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 alles klar war das dein älterer Bruder oder was? Nein hehehehe DayZ Flasht die nee Flasht die Leerzeichen DayZ glaub ich oder DayZ Leerzeichen Flasht die A Flasht die hast du ein Börlap-Säge Oh ich geh lieber wieder ähm Casual Gamer du kannst unten über den Link bei Youtube da kannst du die Steam Gruppe auch sehen wenn du auf den Youtube Channel gehst du dort dann auf Steam so wer hat die Tür hinten aufgemacht und wieder zu wieder zu ich lauke ja gerade auf der Hauptstraße rum Körbit wo bist du? ich lauke gerade auf der Hauptstraße hast du die Tür aufgemacht? nee komm jetzt dann wieder von vornherein hallo äh da hat jemand die Tür aufgemacht mach dich mal weg hier weg hier ey hier ey du hast vergessen die Bärenpfanne zu aktivieren da hat doch jemand grad die Tür aufgemacht ne die ist bei mir auf ne die ist bei mir auf ja schon aber davor wie du weg gegangen warst ach was machst du denn dann damit? ja hä was ist denn jetzt passiert? die Seitentür hast du aufgemacht Körbit das gibts doch zu nein so wo ist unser vierter Mann? wo ist unser vierter Mann? weiß nicht wo der ist weiß nicht wo der ist Torben der Baum gibt eine Verschwörung gegen uns aus der eine wollte doch Pipi machen ne? ja der ist aber der nicht da aber ich hab nicht die Tür aufgemacht da kam ich gerade ins Zimmer gingen die auf oder was? ja man scheiß wo ist unser vierter Mitspieler? sag ich ja der hat sich hingehackt und dann war der auf einmal weg der hat die Bären noch aktiviert und dann war er wieder weg dasaa und er auf 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 Tja, also einer fehlt uns, wer ist das Intensivtäter fehlt, oder? Der Raucher. Der Raucher. Die Raucher. Wollt ihr nicht an den Rauchen holen? Ja, die würde doch. Hat er sich ausgelöst? Wollen wir vielleicht schon weiterziehen? Ja, aber wer hat dann die Führung gemacht? Ja, du, nein. Du Lappenmercedor nicht. da okay ich bin die Falle mit jemand von euch beim Kankau da ist gleich jemand hingegangen du bist du die von Kankau ist bei der Polizei da wo ich bin gestorben bin, wo der Typ mit der Akkara war ja wir müssen zusammenbleiben, wenn ihr alle wegkriegt dann Tech-Gebäude unten alle sammeln jo ich bin da schon wo ist der andere Kermit Kermit? ich bin im Kanklauf drin wer ist denn der, der wo vorhin waren ja wo der Typ mit der Akkara wo ich gestorben bin ich weiß doch nicht mehr wo das war wie bist denn da eingekommen, was ist denn los bei dir? ADAS was? was ist denn los mit dir? hey, sagst du ich checker gar nichts mehr ja laufen sie, laufen sie ok komm, zieh mich hier rüber ah, bist du mir gefolgt? ah da so siehst du wo ich hingucke? die Richtung ja irgendwo so da da ist einer bei dir mit dem roten Backpack da ist einer auf dem Dach da ist einer auf dem Dach sehr gerne, ich will wissen wo ausgängig ist ey, das ist doch Künfe ja, stell mal, du musst doch nicht sicher in oben ja ne, wer ist ja hier bei mir ich weiß ja nicht wo komm, irgendwie raus komm, irgendwie raus hier, rechts, und hier geradeaus, dann rechts ich weiß nicht, ob oben am Dach ist oder unten wir kommen jetzt, aber ich hab das Gefühl, wir sterben jetzt Leute wieder da ah wir sind zurück, da wo wir vorhin schon geballert haben ja, ja im Check, da ist ja auch ein Typ beim roten Mountain Backpack und der Pistol und der Pistol, und da war aus der Angst ja, Joke ich weiß nicht, wie ich du seid ihr seid ihr wenn wir da, wo wir vorhin geschossen haben, im Hospital ah, du scheiße am Ballmsteig, Bahnübergang ich kann ihn nicht mehr lange meine Vollkommen oh, 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 we shoot you come down weil ich nicht weiß er redet mit dem Game auf welchen Dach bist du? ehm, am normalen Dach, ich bin hier ich sehe dich laufen, glaube ich, das bin ich das bin ich ich glaube ich auch und hier war vorhin einer mit rotem Mountain Backpack und mit einer Piste, der auf mich geschossen hat ja hier am Dach, dann hat er die Leckte, dann war er weg ich bin hier ja, das hat mich schon runter gesandt ja, der ist unten irgendwo, der ist unten irgendwo ich bin hinter jener wer ist denn das hier? ich bin hier mal um war das vielleicht schlecht ne, ich bin's ja, ich bin auf der anderen Seite vielleicht dies ist gleich hier hier okay, ich geh rein gehst du rein? gehst du rein? ja, ich geh rein ich bin hinter dir der ist runtergelaufen komm hoch, vorne rechts was war das? da ist unten, rechts in dem Fahrstuhl ich bin jetzt hier oben vorsicht, vorsicht das ist das schade, dass die keine Granate haben abhin abhin nice der hat ja nicht mehr eine Pistole der hat ja nicht mehr eine Pistole ohne Mecnum, perfekt die brauche ich hat er uns erwischt? ne, ne ne, ich brauche die Mecnum hi Schatz die liegt bei seiner Liebenweg, Alter guckt euch das nur an der hat alles gut gejuckt ich glaube von dem einen die Freundin ist gerade gekommen ja, meine Freundin ist das warte mal kurz, wir sind die Flare Gun die hab ich aber die da ist nichts drin ist da was drin? da müsste eigentlich was drin sein da ist nichts drin, da ist nichts drin da ist nichts drin nö ich hab den Carantiner jetzt in mein Flair Gun rein ok, nice, leute bad idea, man bad idea bad idea ne, 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 ne der ist, 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 der wird, äh Baka desu Has no pull and it's wrong to touch Wir kommen hier nicht mehr vorbei Eifert Nice Schönen Reifen 9mm Munition Dann kam wieder unser Conron, unser Ritter an das Team Der Ritter Ich komm rein Für neue Anfänger habt ihr das vergessen Was? Der hat vielleicht noch Schuss gemacht Oh Schüsse Der kam gerade, der will hier reingekommen Wer? Der hat auf die Tür geschossen Wer? Weiß nicht wer, irgendein Gegner Meinst du? Ja, ich hab das ausgewählt Wer redet denn hier? Ich war das Hatten da die SKS? Nicht der Hausmann, wer war da? Ich hab ne SKS Wir sind hier Der hat hier reingekommen Ich hab den Schuss gesehen Hä? Ich hab's nur gehört Guckt aus allen Fenstern raus Vielleicht seht ihr jemanden Ich bleib hier unten und halt Waffe Ich leg hier unten mit dem Falle hin So, ich bin auf dem Dach Check die Leiter ab Check die Leiter ab Wenn ich die Falle auf den Boden gelegt hab, wie aktivier ich die denn jetzt? Wir mussten nahe rangehen und dann auswählen Mit dem Rädchen Rädchen, okay Hast du so heute die Tür gelegt? Ja, so halbwegs Sehr schön Auf jeden Fall hat hier jemand geschossen Was für ne Waffe, ich hab gar nichts gehört Das war doch direkt unten Gewehr gewesen Wenn sie nach links raus und nach hinten raus seh ich nichts Der ist vorne raus wieder irgendwo Vielleicht hab der vorne oder irgendwo Jetzt auch auf dem Dach Man sieht unten nichts Was war das? Was war das? Oh, ich Oh, das war ein Bug, Alter Oh Hat sie jemand schon Die Füße Ich wurde verletzt Von der Falle, ich Idiot Oh Bist du doof, Alter Ich kann nicht mehr rausstellen Los, helf ihn Wir brauchen einen Stock Ein Arzt, ein Doktor Ist jemand Doktor? Ich benutze einen Splint Ich benutze einen Splint Hast du einen Splint auch noch im Rucksack zufällig, ne? Ja, natürlich Hast du ganz unten? Er hat alles da, ja Hört zur Grundausstattung Aber ich brauche jetzt wieder den Salinenberg Kannst du kurz noch liegen weggehen? Ja, mach ich, mach ich Gefährlich, gefährlich hier Der Bug ist nicht schlecht mit den Salinenberg So, da müssen wir uns eigentlich noch mal bedanken Falls derjenige noch zuschaut Vielen, vielen Dank Ja, genau Echt ein guter Tipp Vielen, vielen Dank Also ich krabbel hier auf dem Dach bisschen umher Aber sehnisch Aber sehnisch Ja, hat funktioniert Wer schießt denn hier? Der Irgul Unser Führer Oh Wollen wir zu der Polis-Stace? Ich muss jetzt eh auf Ja, wer bist denn du? Bist du Intensivtäter? Nee, Conrin, Conrin Conrin lockt sich jetzt aus Ey, hat jemand ähm Nägel mit? Der hat hier so'n Baseball-Schläger Das wär ja mal was geiles Das nehm ich auf jeden Fall mit Wenn ich nächstes Mal Nägel finde, dann... Hat der noch zu für die Schuhe dabei? AKM-Munition? Jaaaa Die sind Tristan Ey, ich hab nen Headshot bekommen Dein Ernst? Übelst Ich guck gerade aus dem Fenster Und krieg nen Headshot ey Von wo denn? Ganz oben am Fenster hab ich rausgeguckt Und von wo kam der? Ähm, ich war an dem ersten... Also wenn man von oben reingeht Das erste Fenster Wieder Also in Richtung Feuerwehrstation Pass auf, der könnte hier irgendwo Ich seh's grade im Stream Ich guck mal Das muss ein Sniper sein Der mich von irgendwo... Oder kommt dann Fabrik Fabrik vielleicht auch Nee, wahrscheinlich irgendwo da hinten Auf dem Schulgebäude Oder oben auf dem Fabrikgebäude Den ganz hohen Scheiße Übelst Du hast direkt tot, oder? Ja, ja, direkt Als ob er neben mir war Ja, der hat den Kopf getroffen Dein Helm ist auch kaputt Genau So, guck ich mal Wo ich... Wo ich komme hier Ganz schön warm geworden schon Ganz schön warm Ganz schön warm Boah alter ich brauch Kack's go Kommen sie jetzt zurück oder Irgendwie mal wieder Also ich log mich jetzt wieder ein Und... Komme angesprintet gleich Okay, pass los blöber Die Bärenfalle liegt noch Hehehehe Du hast sie doch schon aktiviert Die ist schon... Die ist aktiviert Ah, ihr glaubt's gar nicht wo ich bin Ey, ist ja richtig ekelhaft SKS Der... Nee, doch nicht, doch nicht Sonst von dir Ich bin auf Skalisti Island Shit Ich glaube, wo wir irgendwas sehen können, aber... Ich weiß bestimmt, dass sie mehrere sind Also ich würd auch noch mal ein bisschen länger reingucken Ja, dann dürft ihr euch nicht sehen lassen Ne, wie gesagt, oben das letzte Fenster bevor man raus geht oben aufs Dach Ja, wir hoffen beide davor Aber... Der hat mich irgendwo da weg geholt, ey Heftig Ich hab auch nur mit dem Helm ein kleines Stück hochgeguckt Ne, ich war auch gebückte Position Der Führer, pass auf, ne? Habt ihr jemanden stehen im Scope? Ja, ich hab eins Lass mich mal drüber gucken Hast du einen Pinkscope? Nein Dann... Dann... Mach halt Platz, lass mich mal gucken Nein, nein Der Dach, der Dach Ey Der Dach ist ja oben auf dem Kirchendach Rathausdach Ja, auf dem Gerät Nee, aber... Da sitzen wir gerne Ich mag jetzt auch immer gern aufs Dach gehen hier Ja, okay, ich bin jetzt... Ich verwache hier unten den Eingang Ist der einzige Eingang, oder? Ja, man kann über das Dach... Über die Leiter kann einer aufs Dach gehen und dann... Runter oder hoch Runter oder hoch Nein Alles so still? Ja, ich bewache konzentriert den Eingang Ey, ich muss mich jetzt auch auslassen Was, was, was? Ich kann leider nicht mehr unterstützen Wer ist das? Wer redet das? Kondren Achso, ja, okay, du wolltest ja ab, weg, ne? Stimmt Also, hört sich raus aus dem Krankenhaus sehe ich nichts Auf keinem Dach ist da irgendwas Das kann nur aus dem Fenster da, aus der Richtung Ach, Mann Ach, Mann Ich bin ganz schön weit weg Ganz schön weit weg Ja, mach selbst mit, dann versucht man mal irgendwie... Genau Ich werde es jetzt noch einmal versuchen Ich werde es jetzt noch einmal versuchen Also, mach meine Na... 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 Leiche nackig Wie gesagt, pass auf, wenn du reinkommst Ja, wie soll ich denn da vorbeigehen? Ja, du musst voll bescheid sagen, dann mach ich die weg Ah, okay Du bist ja noch gerade im Chat Du bist ja noch gerade im Chat Du bist ja noch gerade im Chat Ja, ich bin nicht zu 17, ich bin nicht Kondrenn Ja, so... Das mit den Namen entdecken lassen wir hier Was hat der für ne... Der hat glaube ich den Winchester Der hat den Winchester Er hat den Winchester So, ich lauf mich da rüber So, bei euch dann mach es gut, dann vielleicht bis nachher heute Abend... Ja, mach es gut Schön, dass du da warst Ist heute Abend wieder dabei oder wieder oder noch da? Mal gucken, wird sich zeigen. Ja, sehen wir dann. Machs gut. Guckst mal auf dem Stream vorbei und dann siehst das. Machs gut, ne? Tschau. Von wo hat er dich denn geholt, Alter? Ich weiß auch nicht, ich glaub das war bestimmt von oben, diesen ganz höchsten Gebäude. Jaja, da schau ich mal drauf, aber der bewegt sich nicht. Okay, ich bin back. Ähm... Bist du da? Ich bin in ca. 6 Minuten bei euch. Weil mir ruckelt grad alles. Wenn jetzt jemand reinkommen würde, würde ich sterben. Oh Gott, ey. Ich bin jetzt hier, wo ihr den Spieler vorhin ausgenockt habt. Den armen Bambi. Ja, an dem Brunnen oben? Äh, ne, hier, diese Nachbarstadt. Aufm Weg nach Cerno, weißt du? So mit dem Bogen da? Ja, genau. Äh... Hast du nen Schuss gehört oder irgendetwas? Ne, Karpel, komm mal runter, wir machen mal den Eingang, bitte. Bei mir legt grad alles. Ich kann nichts mehr machen. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht jemand über die Leiter kommt. Da unten läuft der mit dem Dreiecksektake. Juhl, komm runter. Der kommt jetzt rein, der kommt rein. Komm runter, ich kann nichts machen, es legt immer noch. Jetzt die Tür aufgemacht. Ach so, wo bleibst du denn? Du hast doch gesagt, komm runter. Und mir ist alles getrost, ich kann nichts machen. Der hat sich wahrscheinlich schon getötet. Der zieht die Falle, scheiße. Schieß einfach, damit er wegkriegt oder so. Boah, wie krass das am Ruckeln ist. Ich versteh das, warum Ruckeln das so. Der ist tot, einer ist tot, einer ist tot. Hast du ihn getötet? Ne, der mit der Winchester, wo dich getötet hat, hat er ihn getötet. Ah. Also sind die ja gegeneinander? Ja. Ich komm jetzt wieder rein, ich hab meine Session lost schon bei mir. Kannst du dich weiter beschützen? Nein, ich hab grad einen Fight mit dem. Danke, Alter. Heiß PC. Ist der bei uns im Gebäude drin oder was? Nein, 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 der ist immer noch draußen. Nein, 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 der ist immer noch draußen. Dann mach doch lieber den Eingang, bevor du von hinten über euch spürst. Ja, ich kann doch, ich kann doch bei dem aus dem Fenster rausschüssen, äh, aus dem Fenster rausschüssen. Der ist richtig nah bei uns dran, Alter. Mach den Fennig. Ja, bis ich ins Spiel reinkomme, bin ich denn wieder tot oder ich kann nichts machen. In Städten ist das richtig krass bei mir. Äh, manchmal bewegt sich gar nichts mehr. Der schießt ja die Gapflichter, ich weiß aber nicht auf was. Bin ich gespawnt, weißt du das? Ich, ich, ich kann, ich kann's nicht sehen, sorry. Ich bin jetzt nichtreude. Ich bin jetzt aufgestanden. Ja, ich bin jetzt aufgestanden. Warum bist du so ein Freund, ff? Wer ist das mit der Winchester oder? Ja, we don't want to fight. We don't want to fight. Ich glaube, wir sind zu pünkt oder so. Hm. Wir kommen nicht mehr auf den Serverdys. W-w-w-what? Say it again, please. W-w-w-what? I can't understand you. I can't understand you. Say it again, please. Ich möge nicht, dune 20. Arenä 엄, aber wir könnten μας keinenぞ. Warum nicht uns? So sind sie. Ich höre mich immer selber. Schuss. Boah, Jan, die sind bei mir drinnen, ich bin tot, ich bin tot, die waren zu zweit, einer ist von oben gekommen. Ja, ich bin tot. Intensiv-Täter? Ich bin, ich komme nicht ins Spiel. Oh, das ist wirklich die Scheiße, dass du nicht da warst, weil sonst nimmst du den Kuss. Ja, ich hab dir gesagt, dass du nicht da warst. Wollt ihr mir jetzt sagen, dass wir draufgegangen sind? So scheint es wohl. Ich war ja unten, ich war ja unten, aber da ist einer von oben gekommen. Ja, da müssen die Stücke uns nur holen. Ja, dann werde ich da jetzt nochmal rein rauf. Einen hab ich, glaub ich, an Kanschus geschossen, ich bin irgendwie sicher. Ich weiß nicht. Ja, und da hat er die, hat er schnell die Falle Deactivator, der ist reingekommen. Einen, einen Stein auf die Spraukse, literally. Einen, einen Stein auf die Spraukse. Einen, den Stein auf die Spraukse! Echt jetzt? Ja! Ja. Auf irgendwoher. Also die Zombies kommen jetzt auch dahin? Ja. Richtung Hospital. Ja, das ist im Wald richtig blöd, dass ich nur noch allein war. Kannst du mal gucken, ob meine Leiche auch da liegt? Wie meinst du, du hast schon eine Leiche? Ja, ich weiß nicht, ob ich schon ausgelockt wäre. Da rennt einer. Wo bist du denn gespawnt? Ich würde gar nicht gespawnen, ich kann mit dem Spiel überlaufen. Komm, ich kann selber spawnen. Da schießt jemand mit der Shotgun. Ja, ich hab als selbst gehört, dann kam einer von oben, den hab ich so ungefähr drei, vier Mal gehalten. Und dann kommt der Karte schon von oben, dann kommt der Karte schon von oben, dann kommt der Karte von oben, dann kommt der Karte. Dann was von oben. Wann hat man das? Hast du Munition? Ne, ich hab keine Waffe, ich bin beim Bamm. Weil du gehst, über die Leiche hochzuklettern und eine Leiche hochzuklettern und eine Leiche hochzuklettern. Wie, ich bin hier unten drin. Ach, du bist unten schon drin? Ja, ich feite hier mit dem Zoll gehen. Habt ihr meine Leiche der gemacht? Was? Habt ihr meine Leiche der gemacht? Ja, ich bin alle ausgezogen. Sehr gut, Jungs. Sehr gut, Jungs. Sehr gut, Jungs. Sehr gut, Jungs. Aber die haben uns schon doch alles gelootet. Ne, Mann, der Kerl ist weggerannt wegen den Zombies. Einer ist oben am Dach, einer ist oben am Dach. Das bin ich, ich kämpfe mit dem Zombie. Ok, ok. Lässt du meinen, äh, links? Kannst du dich umlassen? Seh ich nicht. Seh ich nicht. Ey, der Zombie, der macht sich glatt hier, ne? Wer kommt hier? Die kommen rein, die kommen rein. Oh! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Ich hab keine. Ich hab keine. Was? Was? Ah! You are dead. Ja, ich auch. Scheiße, meine MP5 war nicht mehr da. Ja. Ja, mein SK ist da auch weg. Ah, Mist. Schade, aber so schnell kann's gehen, ne? Aber ich hab halt so, ich war unten, hab den Eingang bewacht, auf einmal kommt jemand von oben. Ich geh so die Treppen hoch, auf einmal steht da einer mit AK. Ich hab mich so drei, viermal gehittet, auf einmal kam schon der von oben und ist da. Scheiße. Oh, ich bin bei der Fabrik gespawnt. Ich bin Elektro, glaub ich. Nee, noch weiter. Nee. Gibt's ja nicht. Puh. Puh. Und, 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 unser Kollege? Der dritte? Ja, welcher dritte? Ich weiß nicht, ob ich auf den Zimmer jetzt kommen soll, wenn die noch im Haus sind, ne? Ach so. Ach so. Das wär glaub ich nicht so schlau. Verständlich, ne? Ist egal, YOLO, YOLO. No Snopper. Ja, will ich ja machen, ja. Ohne Spaß. Aber wenn ich da reinkomme, dann hängt das hier erstmal nur fünf Minuten. Ja, ich kenn das. Ja, ich kenn das. Also wenn der dann so steht und lädt noch, ne? Ja. Von daher will ich nichts riskieren jetzt. Ja, warte ne Minute und dann kommste. Hehehe. Einer, der überlebt hat. Nee, der lebt ja auch noch. Stimmt. Stimmt. So, aber wenn wir doch alle, wir ja noch da gewesen wären, dann hätten wir richtig fighten können. Ja. Ja, weil wenn sie den ersten geholt hätten, hätten sie nicht gerechnet, dass noch ein zweiter da ist, ne? Und dann bam, bam. Ja, den oben hätte ich ja noch erschaffen können, weil ich hab hier noch eben auch gebetet. Und dann musste ich nachladen meine Eskel. Und wo ich nachgeladen habe, kam in dem Moment der Typ mit seiner Winchester von unten. Ah Mist. Ah Mist. So ne Winchester, die bläst ja schon alles weg. Da hast du was gemacht bekommen, wo. Ja. 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 Alles klar, alles klar. Okay, noch einmal. Und ich bin... Beresino. Heftig, ey. Man spawnt nicht da. Was wir auch machen können, ist einfach ein bisschen ins Landinnere reinlaufen und dann noch ein bisschen lügen, weil da gehen die meisten gar nicht hin. Die Obedovalos sind immer am Strand eigentlich. Ja, ich kenn das. Hey, ich kann mit der Waffe nicht zu machen. Der hat mit der Waffe nicht zu machen. Der hat mit der Waffe nicht zu machen. Was würde sie machen? Ja, ich stehe die ganze Zeit hier in F2-Modus. Ja, da musst du mal Bücken aufstehen. Irgendwas versuchen. Hallo. 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 Das geht nicht, ich kann die nicht aufgeben. Ich kann ganz nirgendwo machen. Boah, ich in dem Film siegne. Ich will noch mal selbst Mod versuchen und gucken, wo ich spawner. Mit mir möglichst wieder alle zusammen Lust ziehen können. Ja, aber wir werden dann, denke ich, hier auch bald Ende machen, ne, bei der Session. Mann, ich kann die Kaffe nicht mal anrühren, ich kann die nicht mal ziehen. Hätte den doch drücken sollen. Silent Magix. Hallo. Die Waffen sind erst ab 18. Da hat er dich erwischt, ey. Silent Magix möchte sich mit uns in Czerno treffen. Das ist bestimmt, der hat uns gerade abgeknallt. Ja, wir sind vorher abgeknallt worden in Czerno. Silent Magix, tut mir leid, aber die Session wird nicht mehr allzu lange gehen. Ich will natürlich in Czerno spawnen. Mit gut Glück klappt das auch. Alter, in der Stadt rum. Ey, die Pappnase, dein scheiß Revolver ist verpackt. Ich dir euch kriegst ein Headshot. Ich wollte mich eigentlich mit der Waffe nur töten, ne, aber eigentlich wollte ich ihn töten und dann irgendwo an einen verscheuenden Ort gehen und dann mich töten, damit er seine Sachen nie wiederfindet. Verstehst du was ich meine? Ja, ja, verstehe ich schon. Also, Silent Magix war nicht das, der in Czerno auf uns geschossen hat. Ja, das hätte ich dann auch gesagt. Wir glauben ihn mal. Wir freuen uns ja über jeden, der mit dazukommen möchte. Ja, das wäre schon geil. Na, der im Hintergrund. Ja? Dein Bruder. Ja? Ja. Ei, ei, ei. Passtet echt nicht. Ähm, braucht ihr Hilfe, um euer Loot wiederzukriegen? Schreibt er. Ja, auf jeden Fall. Gib mir alle deine Sachen. Einfach. Ähm. Wir wollen seine Gutmütigkeit nicht ausnutzen. Aber warum? Prani noch als Unterstützung. Prani noch. Konran, immer noch nicht angekommen. Konran schreibt auch gerade. Silent Magix. Konran, wir sind nur wegen dir gestorben. Passt du dir? Ja, er guckt gerade zu und hört das. Ja, wie heißt der Nachfolge? Korven. Korven? Korven. Wie? Korven? Korven oder Konran. Könnt ihr hier aussuchen? Konran? Ja. Wenn du das hörst, hast du dich. Was? Was? Was hast du denn jetzt gesagt, Junge? Kann dir dieser Junge, wo spricht, einen ganzen Satz sprechen? Ja. Korven, wenn du das hier hörst, kannst du dich. Hast du das gehört? Ja. Ei, 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 ei. Also, ähm, Silent Magix möchte mit dazukommen. Silent Magix, wir spielen auf dem Private Server. Ähm, wir spielen auf dem Eldorado Server, wo schon 50 Leute drauf sind und gerade kein weiterer drauf kann. Ey, ich mach jetzt Rage, kurz. Ich spawn nur an so'n scheiß Stellen, wo nur so Bäume sind und man sich nicht unbedingt den kann. Er schreibt mir über Steam, ist das einer von euch? Ja, ich? Ja, eh, hallo. Hallo. How is this? Ach, ja, auch nicht schlecht, das schreibt der Schweizer. Wollt auch kommen. Also, ich geh jetzt auch. Der ist jetzt vielleicht noch so ne Donne, so. Aha. Also, du flüchtest. Ja, ähm, dann... Hast du dir eigentlich hier nur einen Effekt oder noch zwei? Zwei. Und welches Spielzeug willst du dazu? Ein Basis-Bahn-Fasche, aber mit der gelben Leuchte zu haben. Gut, dass er weiß, was das gibt. Ähm, ja, also, Intensiv-Täter, gehst du nochmal rein, kommst du nochmal rein, oder machen wir jetzt erstmal... Das hört mir nicht zu sein, ich trau mich gerade jetzt nicht zu hören. Ja, ich glaube, dann machen wir hier erstmal... Dann, leider den Cut, das Ende. Also, liebe Leute, wir sind auf dem Eldorado-Server, es sind 50 Leute unterwegs und es ist kein Platz mehr für weitere Spieler. Da sind gerade nur 44 drauf. Ah, echt? Ja, dann wag es doch, denkst du, die sind immer noch da, Junge? Wenn ich wag, der nicht gewinnt. Ja, aber wenn ich nicht reinkomme, dann kann ich auch nicht verlieren, ne? Nee. Hehehehe. Äh... Der Conwin schreibt, ob der Führer auch tot ist... Und der Shisha-Lord lebt aber noch. Hehehehe. Ja, Conwin, so ist es. So ist es. Der ist... Hehehehe. Das Schlimme ist ja, dass der gestorben ist und immer wieder gespawnt ist, gleich in Cerno. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Hat er echt gut Glück anscheinend. Ja, und... Intensiv-Täter, komm rein. Guck mal, was Sache ist. Trau ich nicht. Traust du nicht? Ja, es könnte es natürlich sein, dass jemand hier, der den Stream gerade beobachtet, schon auf dich wartet, da. Ja, gut. Das ist ja wirklich so. Wenn jemand den Anfang gesehen hat und weiß, wo du bist. Wie viele Zuschauer hast du gerade? Ja, es sind sieben. Ah, sind ja schon einige. Ja, hallo zusammen. Und der Conrad schreibt, schreibt hier die ganze Zeit. Also, der beobachtet uns anscheinend noch nebenbei. Finde ich gut. Fleißig. Ja, aber das wird jetzt erstmal nicht mehr viel mehr. Ich sag schon mal danke, dass ihr alle dabei wart. Ähm, du loggst dich jetzt nochmal ein. Das will ich noch mit aufzeichnen. Will ich mich einloggen? Hehehehe. Ich will zuhören. Ich will zuhören. Soll ich es wirklich wagen? Also, ich bin jetzt in Kamishoobu. Ach, Alter, ich hab voll Angst, ey. Okay, ich geh rein. Gehst du rein? Versuch mal dein Glück. Dann kann der Conrad das auch nochmal mithören. Ich bin schon gespannt, ob du gleich schreist oder nicht. Und alles Conrad schuld. Der hat da geblieben, der hat wieder umgebracht. Und sei in P5, Mann. Sei Retter. Okay, also es scheint so, als kriege ich noch meine Sachen. Du lebst auf jeden Fall. Oh fuck, oh fuck, ist das am Längen. Ja, der Conrad schreit. Ich soll mich da ausloggen dann, wenn ich angekommen bin in Cerno. Da, wo ihr seid. Für die nächste Session. Ja, ist nicht schlecht, die Idee. Aber ich brauch ein bisschen Loot. Ja, ich kann mich wieder nicht bewegen. Oh, oh, oh. Gleich hast du noch einen Schuss. Bis ich ankomme, ey, sterbe ich ja. Heißt, ich muss von irgendwo springen oder mich töten lassen. Wie, wie ballert's bei The Big Bang. Ähm, der stellt sich... Die ballert herum. Die ballert herum. Biologie ist keine richtige Wissenschaft. Ah. Hat keiner auf mich geschossen. So, ich werde mich jetzt ausloggen. Geologie. Was wirst du? Der Regenglück. Ich hab Füße gehört und mich dann rausgegangen. Also, der geht vor allem nicht die Party ab. Du hast dich ausgelockt schon, oder was? Ja. Also, du bist weg dann erstmal, ne? Ja, ich... Ich hau mich nicht mehr. Okay. Wenn ihr nicht im Sohn, dann fehlt was. Dann lockt ihr erstmal aus. Und guck mal, der Conran kommt ja auch bestimmt irgendwann wieder online. Und dann habt ihr beide wenigstens noch ein bisschen Loot. Ich guck mal, dass ich wieder da rüber laufe, wo ihr jetzt seid. Mit der Hoffnung, dass ich da auch noch was finde, was abgreifen kann. Da müssen ja genug Waffen liegen, weißt du? Sind ja genug Leute draufgegangen. Picking Eggs. Ich muss sagen, wir waren hier im Gebäude oben und haben da rumgesniped. Naja. Wäre doch mal schön hier ein bisschen mit Boxen. Kannst du doch mal hochregen, wenn du willst. Mit Faustkampf. Ich hätte mich wohl auch ausloggen sollen. Nachdem ich die Wünsche es da wieder hatte. Ach, Mensch. So, weiter geht. Mein Run. Also, ich laufe hier wie Forrest Gump. Ich müsste bald in Electro ankommen. Boah, und dann von Electro noch nach Cherno. Boah, ist ein ganz schönes Stück. Liegt denn denn Electro noch in dem Haus, wo ihr die 10 Leute gekillt habt angeblich? Liegen da noch Waffen oder so? Hörst du mich? Hallo, hallo, hallo? Oh, er ist wieder weg. Hallo, hallo, Intensivtäter. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich bin ein Intensivtäter. Er scheint nicht mehr da zu sein. Ja, Conwin. Du bist weg. Und dann ging alles in den Bach runter. Ja, leider muss ich so sagen. Man hat es eindeutig gemerkt. Na ja. So, und der Intensivtäter. Weiß nicht, ist er weg? Rauchen wieder oder was? Ich höre ihn. Ich höre ihn. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hallo? Ja, alles an. Ich habe auch keinen Disconnect oder so gehört. Also, ich muss nur nach Cerno laufen. Hallo? Ach, sein Mic ist kaputt. So klingt das für mich. Halt hat er mir gerade eine Nachricht geschickt über den Teamspeak. Ich kann jetzt nicht rausgehen. Ich renne hier gerade. Hallo, Bambi. Hallo. Hallo. Schön, dich zu treffen. Ich muss dich schießen? Was? Du bist deutsch? Deutsch. Sie sind deutsch. Okay. See you later, I run away. Ja, Intensivtäter. Ich würde es gerne lesen, aber ich kann es nicht. Am besten kannst du mir schreiben, wenn du mal kurz bei Twitch vorbeischaust auf dem Channel, ob du mir dort eine Nachricht hinterlässt. Leider. Weil ich jetzt gerade so auf dem Fußmarsch bin Richtung Elektro. Ja, ich denke dort in Elektro werde ich mich dann ausloggen mit der Hoffnung, dass wir uns da eventuell morgen wiedersehen können oder in den nächsten Tagen. Werden wir mal schauen. Ich weiß nicht, ob ihr unten schon gesehen habt. Ich habe vor, den Channel zu wechseln, beziehungsweise die Bezeichnung, den Namen des Channels. Deswegen könnt ihr unten auf jeden Fall mal klicken hier bei Twitch und schauen, wie der neue Channel dann heißen wird. Da bin ich dann erreichbar ab nächster Woche Montag und dort wird dann auch der Stream laufen. Ja, vielleicht macht ich jetzt vorher schon mal ein Follow oder sowas, damit ihr auch erinnert werdet, sobald ich wieder online bin. So. Oh, und hier ist doch ein guter Ort. Also, hier haben wir vorhin die Session angefangen und hier werde ich sie auch beenden. Oh, du Scheiße. Ein Rangefinder gibt's ja nicht. Gibt's ja echt nicht. Rangefinder ist. So, dann verstecke ich mich. Würde ich sagen. Dann packen wir das noch hier rein. Sehr schön. Dann verstecke ich mich hier im Gebüsch und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Oh, hier, Bug ist gerade richtig, richtig heftig. Intensivtäter, hörst du mich? Hörst du mich? Schreib mir hier, über den Twitch-Chat. Ich kann jetzt nicht ins TS gehen, ich muss rennen, rennen, rennen. Ich könnt. Wie zum nächsten Mal. Hier gibt's die Session. Ok Tja, wenigstens eine Axt Oder rennt ich in die Lektor rein Block mich da aus Jungs, ich brauch euch Lasst mir doch mal eine Notiz da Wo wollen wir uns dann später treffen In der nächsten Session Ja, das war die Rache, ne Das wir in Bambi erlegt haben Das war die eiskalte Rache dafür Niedergemetzelt von zwei Kerlen Ich mit der Winchester einen Headshot bekommen Ah, wer hat doch denn so lange durchs Fenster geguckt hier Das war ich doch Das war wahrscheinlich mein Fehler So, und ihr seht es Es ist total am laggen hier Also ich glaub's wird Zeit Hallo, hallo Jo Ey, wo warst du denn? Ich muss eben auch mit meinem Bruder kehren Ah, Faustkampf Schön, ich dachte du warst weg ey Ne, wenn ich weggehe, dann sage ich auch Tschüss Ja, guter Mann, guter Mann Ich hab die ganze Zeit hier geredet und gesagt Komm in Twitch, wenn du nicht mehr im TS erreichbar bist Schreib mir bei Twitch Achso, ich hab's eben im TS geschrieben Ich hab's gerade was klären, sorry Achso, ja genau, das hab ich gehört dann Ah, hab ich doch richtig gehört So, und ich bin jetzt in Elektro bin ich wieder Ja, ich hab auch da unten die Notiz gemacht über den neuen Channel dann Da ich mich umbenennen werde Also, ja, dass ich den richtigen Namen geben werde Den Twitch-Channel Auch vielleicht für dich als Info Vielleicht kannst du da Den dir zum Favoriten hinzufügen Oder wie auch immer Wie du das machen willst Ja Musst du auch immer mal deinen Channel speichern Ich weiß gerade gar nicht Wer jetzt am besten draufkommt Ähm Ja, schwierig, ne Über dein Steam-Profil? Nee, eigentlich über meinen YouTube Aber Über YouTube, okay, dann weiß ich Ne, da ist oben dann so ein Twitch-Button Also Conran schreibt noch fleißig Anscheinend guckt er auch noch zu Freut mich Er hat bestimmt auch schon wieder Bock weiterzuzocken Ja, also Ich gehe jetzt hier Elektro in ein Gebäude Und werde mich dann gleich ausloggen Reicht dann für heute Für heute Morgen Beziehungsweise jetzt schon nachmittags wieder Eieiei, wie die Zeit verfliegt, ne Das stimmt So, jetzt aber Tabletten, Essen, Sardinen Ach schön Jetzt sterbe ich auch nicht gleich Seht ihr, so Also ich werde noch was essen Und dann werde ich hier den Server verlassen Und die Aufnahme ist dann auch vorbei Sag vielen Dank Intensivi Intensiv-Täter Jo Oder wie wirst du noch genannt? Wie hat er vorhin gesagt? Shisha Genau Schön, dass du wieder dabei warst Ja, gerne Dann Würde ich sagen Na, jetzt hängt meiner hier ein bisschen fest Würde ich sagen Vielleicht morgen, übermorgen Oder Montag Mal gucken Irgendwie sieht man sich mit Sicherheit Jo, auf jeden Fall Ich habe schon eine Mosin gefunden Auch nicht schlecht Mosin Dann Dann machen wir was draus Ja, genau Also wir sehen uns dann Lauf in der nächsten Zeit Und Vielen Dank Bis zum nächsten Mal Und dann mache ich hier erstmal Schluss Alles klar, liebe Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Und haut rein Ciao